Du? Nein, ich. Warum zählst du da runter? Weil ich den Stream anmache. Hallo zusammen, kann man uns hören? Lol. Nein, kein Lol, Megaprojekt. Ich drücke jetzt auch mal auf Aufnahmen, ne? Ach ja, genau. Ja, hallo zusammen, da bin ich auch wieder hier. Ich zocke heute mit Peter Livestream und der SipsLP ist auch dabei. Jo, hallo. So, genau, Tate und Sebastian sind dabei. Ach, ihr seid gerade auf dem Server, ne? Ne, sind wir nicht drauf. Ja, er schon. Ach, er ist drauf, wer ist denn noch drauf? Ja, nur wir beide. Jetzt du auch noch. Achso, ich dachte, da wäre nur andere drauf, andere Pots. Wo ist er denn, der Tate? Bei mir im Haus, hör mal. Also erst mal willkommen, Leute, zu Minecraft Megaprojekt. Wir sind ja gerade im Livestream vom Debitor zusammen mit dem Cheep. Hallo. Hallo. Ich renne erst mal rüber und gucke, was der Tate macht. Ey, bin ich gespoilert. Wo wohnt der denn? Ach, da hin? Klar, ich spoiler. Bist du heute im Voraus? Ja. Achso, okay, dann spoiler ich nicht. Nein, komm ruhig rein, Mr. Tate. Hui. Ich komme mal hingepleakt. Ach, da ist er doch. Hab ich den hier, ja. Ja, mal runter, landen wir mal hier und gucken uns das hier an. Ah. So ein bisschen geht schon hier, also. Ja, ab einer Kabellänge von fünf verdienen ihre Wirkung. Oh ja, das sieht gut aus. Ist das so? Oh ja. Ja, da werden immer schwächer, besser gesagt. Achso, ja, also bisher reicht es ganz locker. Wo hast du denn eine Bedbox? Oder was hast du für Solarzellen oder so? Gar keine? Ich habe nur eine Standard-Solarzelle und noch keine Bedbox. Okay. Ich habe einfach nicht genug Rohstoffe. Ich brauche auf jeden Fall derbe Rohstoffe. Und ich renne mal in deinem Haus einfach im Kreis. Ist so schön hier drin, wie in so einer Klapsmühle, ne? Irgendwie schon, alles so hell. So Kissen an der Wände, ne? Achja, ich wollte mal eben was drücken, und zwar die Ankündigung wollte ich mal eben raushauen. Ja. Weil die muss man ja alle immer achtmal erinnern, dass jetzt losgeht, weißt du? Und dann hör, warum hast du nichts gesagt? Ja. Ach, was mich mal interessieren würde, an die Zuschauer gerade im Stream, kann man mit Juju Meta auch Paintings herstellen? Geht das? Nein. Ich glaube auch nicht. Hä? Du kannst andere Sachen machen. Ja, das weiß ich. Deswegen war ja die Frage, ob das auch geht. Ja, dann macht doch Wolle und... Ich habe ich ja nicht. Weißt du, ich habe so viel, ich habe auch keine Wolle. Mache Juju Meta Wolle. Geht das? Nö, keine Ahnung. Die Wende, ich habe den Chat auch nicht offen. Weißt du, ich frage, habe den Chat aber gar nicht offen. Ich bin super schlau. Doch, Wolle geht. Ne, Snow geht. Snow. Guck da einfach im Wiki, dann weißt du ja direkt, was wirklich geht und was nicht. Doch klar, Wolle geht, Sebastian. Oben links, oben rechts und unten in der Mitte. Okay. Was ist los, Junge? Wie ist das eigentlich eingestellt hier auf dem Server? Wenn ich verhungere, ne? Ich komme nur auf maximal die Hälfte meiner Health. Weiter verhungere ich nicht. Ja, dann ist da ein Mittel. Geil, ne? Gut, oder? Ja. Brauche ich nicht so oft weit essen. So, das ist online. Immer diese scheiß Werbung. Ich habe jetzt keine Werbung geklickt. Und diese scheiß Werbung macht, dass Twitch kostenfrei bleibt. So war es gesagt. So, ich komme nochmal zu dir. Ich habe was Schönes für dich. Für mich? Für mich? Peter, du kannst noch nach Hause gehen, ey. Aber vom Dottchen. Yeah, endlich herrscht das soziale Gerechtigkeit. Weißt du, weißt du, er rennt schon über mein Grundstück und sammelt das ganze Juju mit da ein, weißt du? Ah ja, stimmt. Du Pisser, du. Das ist Diebstahl, Peter, ne? Ach, das Pisser, was er da genommen hat. Also, da müssen wir den Peter ja schon mal zum Gefängnis geleiten, also. Genau, eine Livestream-Folge-Gefängnis, ne? Boah, so richtig schön ätzend, so einfach. Guck mal, Ted, der Weihnachtsmann kommt von oben geflogen. Wo denn? Da ist er. Oh, was macht das Skelett denn hier? Jetzt schmeißt du mir da so einen Haufen irgendwelchen Kram hin, den ich gar nicht gebrauchen kann, ne? Die Skelette hier sind voll dumm, glaube ich. Hast du? Ach, die Longfall-Boots. Ah, du hast mich genau getroffen. Wo denn? Ich habe die gar nicht gesehen. Ach, Mist. Ich dachte, was am Boden liegt, kann man behalten. Oh, fuck. Ne, aber nicht auf meinem Grundstück hier, hör mal. Sips, du kannst ja fliegen. Ja. Yeah, ich habe Schuhe. Aber das ist irgendwie nicht so schnell, aber ich habe keinen Bock zu laufen und zu hüpfen. Ich bin gerade ein bisschen faul. Guck mal, guck mal. Ja, warte, hier darf ich ja nicht drauf. Hier darf ich nicht drauf. Hier darf ich nicht drauf. Wo darfst du nicht drauf? Guck mal hier. Ja, die haben ein bisschen im Voraus aufgenommen, da wollte ich nichts zeigen. Ah, ich sehe schon. Ah, zu spät, das habe ich schon gezeigt. Ja, da ging es ja auch vorhin im Chat rum, so ein bisschen. Ich fliege ja die ganze Zeit rum. Oh! Oh. Was machst du denn hier? Deinen Turm? Bauen, ja. Oh, du dreckiges Skelett, du! Dein Turmster. Oh! Sagt, der wird richtig übertrieben. Meine Turtles sind auffällig. Oh, sehr nice. Eine Goldtruhe, okay. Noch ein Skelett. Ach so. Was geht denn hier ab, ey? Was ich wissen wollte, es gibt ja, ähm, wie heißt es? Das will er, wenn er was wissen, eine Idee für dich und deine Glasscheiben. Ähm, schneide die. Wie schneide die? Dann bekommst du da, ähm, ich glaube, aus einer, aus einem Würfel kriegst du irgendwie 16 Stück raus. Ach so, du meinst die Panels, du meinst die Panels oder was? Nein, 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 nein. Die Glasblöcke schneiden mit einer Säge. What the fuck? Ach, ich kann sie hier on mass produzieren, das ist mir voll egal. Ja, dann wäre es schon fertig. Ach so, genau. Was ich fragen wollte, ist, wie man diesen Diamant macht, wo man Energie drin speichern kann. Weißt du, was ich meine? Was? Energiekristall oder so ist das. Ja, und? Neat. Wofür? Für meine Turtles. Ach so. Ne, dann mach den doch, der ist einfach. Ja, ich weiß gerade nicht, wie. Ich find den nicht. Äh, guck mal MFSU. 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 Da muss ich auch direkt mal gucken. MFSU. Ach so, da muss der rein oder was? Nein, aber da ist das Rezept. Oh, ich hab hier irgendein Schild vor der Haustür. Ach so, warte. Du meinst diesen Lepotron-Crystal oder was? Pass genau auf, was du tust. Ah, cool. Ja, ist nur Diamant mit Redstone drumherum. Jo, das ist ja mal richtig gut. Voll easy. Und, äh, Juju-Meta willst du auch machen? Bestimmt, ne? Dat geht, oder? Ja, klar. 24 Stück. Aber, äh, wie machen? Ja, musst du gucken. Wie, wie mal? Hab ich vergessen. Warte, ich wollte mal eben was bauen, schnell. Wat baust du denn da? Wat baust du da? Ähm, äh, und zwar so ne Juju-Meta-Farm. Das fängt ja damit an, ey. Wie denn ne Farm? Ja, quasi hab ich hier so Kabelzongeneratoren. Ja, wo auch Wasser drin ist nachher. Toll, jetzt hab ich kein Dings mehr. Läu, wenn ich bin nicht. Also, ich muss kurz überlegen, was wollte ich denn machen? Genau, hallo auch an alle, die jetzt dazu gekommen sind. Leckt stark, einfach mal F5 drücken. Redstone, ja, da müsste ich, glaub ich, mal eben, äh, irgendwie googeln oder so. Äh, echt? Du weißt nicht, was Redstone ist? Ne, weiß ihn nicht. Ach, ich brauch auf jeden Fall mal wieder irgendwie ein paar Barren von irgendwas. Ja, ich auch. Wie soll man so ne Raubtour starten? Ja, in die anderen Häuser rein. Ja, hier, bei dir zum Beispiel. Hi. Oh, Rezept. Hi, hier, guck mal hier, baue ich ne Farm. Aber deine Sentries sind nicht so gut platziert, Peter. Der hab ich ja zugemacht, die einen. Ach so, okay. Aha. Weil, ähm, weil es hier ist alles möglich, aber doch da ist Redstone. Ah, okay, ich weiß nicht. Ist der Recycler billiger oder was? Inwiefern? Oder, ja, äh, was ist jetzt der Vorteil vom Recycler? Nein, nein, da kommen die ganzen Sachen rein, die quasi die, die... Ich hab jetzt noch Maschine gemacht und das wird Recycler zu diesen Crab-Dingern. Ja, und was bringen die dann, die Crab-Dinger, genau? Ja, die kann man hier zu ner Box machen und die fahren dann in den Mass-Fabricator rein. Hier, guck, hier. Ja? Ach so, dieses Crab und dann wird aus den Dingern quasi UU-Matter gemacht, oder was? Ja, genau. Und Unmengen an Strom, aber ich hab ja eh ein bisschen zu viel Strom im Moment. Facepalm, scheiße, ich hab wieder Shift-Click gemacht, Alter. Boah, da musst du mir nochmal in Ruhe erklären, ey, das Ding da. Jetzt hab ich die zwei von den Kristallen, jetzt hab ich ein, zwei, drei, vier, fünf Stück davon. Gut, ne? Haha. Na, egal. Warte, ich könnte die Crabby aber mal anwerfen, weil du wolltest dir die ja mal leihen, ne? Ja, das wär voll nice, so. Boah, da müsste ich mal eben was bauen, äh... Wie, was willst du denn bauen? Transposer und Redstone-Tubes. Ah. Oder Pneumatic-Tubes, damit die... Ich frage dich gerade, ob du den Chat liest. Ab und zu. Also, ich hab den gerade nicht offen, aber ich glaub, ich mach das mal, das wär, glaub ich, gut. Ja, mach das mal, Sebastian, dann kannst du mir was vorlesen. Ich lese nicht immer den Chat, tut mir leid. Ich bin doch selber in der Aufnahme, wie soll ich das denn machen? Ist mir doch egal. Ja. Hauptsache, du liest mir das vor, was die sagen. Oh, ne, jetzt kommt Werbung, ne? Ja. Was, Werbung kommt? Mhm. Ich hab da ein Zoom jetzt... Kannst du jetzt mal... Geht immer noch nicht. Was? Was willst du denn? Pop out. Mit dem Chat von dir. Klar geht das unten. Also, bei mir ging's nicht. Was guckst du da? Ich hab nochmal so da reingeguckt, was hier so in so einem Zombie-Gehirn-Kiste drin ist. Achso. So. Zombie-Gehirne halt. Ich nehm ja hier nix raus. Ist ja der totale Überwachungsstart hier. Wird ja alles gefilmt, weißt du? Ja, stimmt. Warte, 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 ich brauch diese komische Engine. Wo hab ich die denn? Diese komische, was? Dieses komische Entchen? Engine. Äh, mal ne Frage. Wie? Die geht nicht da rein? Nee. Ach, ich glaub hier ist die. Warum? Was für ne Engine denn? Ich hatte mal hier ne Engine. What the fuck? Ich hab zwei Redstone-Engines, wenn du die haben willst, aber... Peter, hast du ne MFSU? Ja, klar. Ja? Kann ich ja mal eben was ausprobieren. Ich kann meine Kristalle irgendwie nicht aufladen in meiner Bedbox. Ja, hau ab. Ich will nur gucken, ob das geht. Ja, aber nicht voll lutschen. Ja, doch ein. Voll lutschen. Ey, warum ist denn jetzt... Aber wenn ich jetzt bei dir runtergehe, dann spoiler ich doch, oder nicht? Ne, wieso? Ich bin doch eh nur noch drei, vier Folgen entfernt. Der Peter ist gerade im Livestream. Wie kann ich denn spoilern? Ja, so. Ich kann doch schon Sachen im Voraus aufgenommen haben. Und die Leute in Leistung gucken, spoilern sich selbst. Also, ne, ist halt... Ach so, ja, gut. Aber das kannst du leider nicht verhindern, glaub ich. Ach guck mal, der Kravitz ist auch da. Wollt mal reinlunzen. Hallo. Wo ist denn die? Hallo. Hallo? Hier, komm mit. Wo bist du? Ja, hier. Hinter dir schon. Wo bist du? Hui. Hier. Ah. Ja. Ach da, ah. Ja, das geht. Alter. Alter. Ey. Ja, hau ab. Warum? Gib mal was ab. Ja, genau. Weißt du, erfahrt ihr erst mal. Du, Geier. Lass doch mal wenigstens einen aufladen. Ja, aber nicht alle. Ja, nee. Zwei. Weißt du, 100.000 sind da dran. Ja, das sind 100.000. Du produzierst doch voll schnell nach. Hau mal rum, ey. Hau ab. Ja, hellig. Alten Geier, du. Hier, hier. Was denn an anderen? Weißt du, das produziert durch. Ja, jetzt hat der Tett die. Ja, der Tett auch. Ah, cool. Geil. Weil ich wusste kaum, wie schnell das hochgeht. Da musst du halt mal bezahlen. Hörst du mal auf jetzt? Ja, warte. Den noch. Und dann noch einen. Ja. Ach, guck mal. Da geht doch voll schnell wieder hoch bei dir, ey. Du hast so eigene. Ja, aber mir geht das nicht. Ich kann ihn nicht in die Bedrocks reinpacken. Du Stromlieb, du. Warte mal, wenn ich da unten die Kiste anmachen möchte. Gib mal die andere. Stromliebe. Oh, dann ist es fünf Minuten wieder voll. Der stellt sich voll an. Jetzt braucht er alles. Was ist los? Und kann man in meinem Chat sagen, welche Engine ich am besten da unten an dem Scheiß-Ding baue? Electrical Engine? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, Steam Engine geht auch gut ab. Ja. Ja, wo muss ich die da dran machen? Muss ich da nicht Wasser und Lava dran machen? Ja, ich glaube, ja. Ja, das ist kacke. Ja, mach das doch mal eben. Ich mach mal zwei Elektrik. Du hattest doch in Folge 1 oder 2 schon einen Solarkollektor, wie die bei mir geschrieben haben, mit den Kombis. Ja, und du nicht? Wer die gefunden hat, erwähnt, aber keiner so. So, du bist voll lahm, ey. In dem Sinne hast du da schon einen Solarkollektor. Ja, witzig, ey. Ja, da geht wenigstens was. Warte, dann brauche ich mal mit Ruckzuck zwei von diesen Engines. Ja. Jetzt hör auf, ey, lass dich ja kaputt, lass das Ding leer, oder was? Guck mal, da sind noch nicht mal 500.000 weg. Redstone oder Electric? Ja, ich mach Red Electric. Jetzt, ach mal, wie schnell das wieder voll wird, lol, ey. Einen hast du noch, ne? Ja. Äh, lol. Ach, cool. Hab ich grad einen weggeworfen? Ja, klar, hier. Oh, hier. Damit lade ich dann mein Jetpack auf. Hatte ich nicht fünf? Ja, egal. Ja, was heißt aufnehmen? Ich lade mir nachher den Stream runter und dann lade ich da wieder hoch. Ah. Ja, ich hab versucht, das zu machen, ne? Ich hab versucht, mein Stream runter zu machen. Ey, gib mir das Telefon auf den Sack hier. Oh. Und, ähm, ja, aber irgendwie konnte ich dann mit Premiere Pro nicht, äh, bearbeiten. Ne, musst du dann wieder einen Power Director ziehen. Na, ja. Bei Premiere Pro dann nicht planen. Das ist Hammer. Hast du jetzt schon Motoren, Peter? Ne, ich guck hier gerade. Ich kann dir zwei Redstone-Motoren geben. Ja, wie lange willst du warten da unten? Nein, aber dann kannst du die verbessern. Dann brauchst du nicht jetzt die Redstone-Motoren bauen, oder? Muss ja nicht jeder da drumherum bauen. Ne. Achso, okay. Hatte ich jetzt gedacht, irgendwie. So, ich bräuchte Gold. Aber ich kann mal einen bauen. Ich brauch Woodgear. Woodgear. Du kannst ja mal mitbauen hier eben. Dann ist ja auch für dich, wenn du Bock hast. Ja, 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 ja. Soll ich irgendwann mitbringen? Ne, brauchst du nicht. Bau mal Pistons. Wie viele? Zwei. Siehst du, da ist ein motivierter Arbeiter. Der fragt nicht wann, sondern wie viel nur. Genau. So, ihr Töte. Wie viel? Wann? Auto. Äh, äh, ja, ich nehme die Sachen dann hier raus, ne? Ja, genau, bedienlich. Aber nur dafür. Ja, mein Inventar ist eh so. Gerade gut aufgeräumt für sowas. Barren. Jetzt brauch ich Steine. Brauch ich ein Eisen, Redstone. So brauch ich auch immer Steinräder. So. Es wäre ganz egal, das hat hier nichts. Ich baller das alles einfach in die Kiste jetzt. Tett hat Scheiße im Gesicht. Tett sieht man gar nicht. Äh, ist das egal, welches Holz ich nehme? Oder brauchst du irgendwelches Holz? Nö, nimm ruhig. Erstmal nicht, ne? Ja, ich nehme dann die Holz... Ah, Mist, ich brauche noch mehr Räder. Fuck. Man denkt die ganze Zeit, es regnet draußen, mein Pitter. Warum? Weil es hier tropft in der Bude überall. Ach so. Ja, da muss noch Glas sind. Warte, warte, warte. Da hab ich genug. Hätt ich? Jeden Moment. Wenn du ein Glas brauchst, kannst du dir was abholen. Warte. Boah, wie viel lieg ich denn hier, Alter? Ich geh kaputt. Ja, geht doch. Brauchte da noch 10. Ähm... Wie viel waren wir jetzt? Zwei. Zwei, okay. War das jetzt so richtig? What the fuck? Ja, klar, Mann. Dann muss ich nur mal nach unten und irgendwas bauen noch, glaube ich. Ich kack ab, ey. Warte, ich muss Holzgears zu Tingears machen? Ich hab da schon Tingears. Ach so, man kann direkt daraus. Ah. So, weg mit den Items. So, eins, zwei, drei, vier... Ich mach mal kurz nach unten. Ach, neun. So, da kommt die Turtle hin. So, jetzt muss ich allerdings diese scheiß Rohre ein bisschen anpassen, damit halt auch klappt alles. Ja, die Pistons hab ich schon mal. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob da klappt, ob die das überhaupt annehmen, die, äh, Energie. Ja, die Turtles, weißt du? Weil du kannst die mit Kohle befeuern, du kannst da Lava-Zellen reinpacken. Kannst die mit Kot befeuern? Ja, du kannst da auch reinkacken, aber ich weiß nicht, ob die, äh, Energy-Zells da funzen. Ah, müsst ja eigentlich. Ja, klar. Ja, klar, sagt er. Immer. Ich muss mal kurz hier unten diese Scheiße umbauen, damit die Quarry arbeiten kann, dann kann der Teddy mal haben. Hübba. Ja, das wär echt nice. Er laget sich mit Quarry aus. Ja, weil ich hab keinen Bock da alles, äh, unten auszugraben. Ich mach das grad mit den Turtles, das ist voll funny. Voll funny, Mann. Ja, mit den Turtles muss ich mich auch nochmal beschäftigen, weil irgendwie hab ich da nicht so ganz gerafft, wie ich die programmiere, ey. Ja, Broken Thumbs hat sogar einen Turtle, die baut die, ähm, Möhren ab und wieder... Und sät, oder? Ja, genau. Was gelät? Wart bei mir im Haus? Nee, bei dir draußen. Oh mein Gott. Komm, wie geil wieder. Wie lange geht der Livestream? Steht eigentlich in der, ähm, in der Ankündigung dreimal. Dreimal? Ja, ich glaub, drei Ankündigungen kamen jetzt raus, bis dato. Ich, ich lauf hier schon wieder so voll verplant rum, einfach. Sind die Pistons oben? Ja, die sind in dem Project Table, liegen die drin. Weißt du? Ja. Ja, Turtles, gib Gas. Ich geh doch mal kurz zu mir und heiz mal ein paar Sachen an. Und ich bau mal eben die Kisten ein bisschen grundlegend hier um. Mal eben. Nee. Nein, hier unten, ich muss die einmal leer machen, die Steine wegschmeißen, die hier drin sind. Kannst du nicht reintun, oder was? Nee, scheiß, Alter. Ja, dann gib mir den Strom wieder, bitte. Du Geier, ey. Ja, da muss ich mir jetzt wohl mit hin erstmal ein paar... Wieso, Geier, wer kam... Warte, wer ist der Geier? Wer kam denn da hin und hat mir Strom geklaut? Wer kam hier hin? Ich hab mir den... Hat der Chat zu aufgepasst, hör mal? Ich glaube schon, oder? Der Chat hat doch auch aufgepasst, ne? Du selber warst da doch, ne? Hab ich dich noch irgendwo hin? Ja, toll, da sind zwei. Ich muss noch mehr haben. Ja, gibst du mir, wa? Danke. Nein. Krieg ich ja nie mehr wieder. Ist Ted im Megaprojekt, fragen die ja... Nee, weißt du? Ich quatsch nur so mit denen, während ich hier rumstehe. Nee, nee, der darf so auf dem Server rumlaufen. Der ist halt Gast. Genau, ich bin Spectator quasi hier nur. Er ist der Aufpasser, er muss jetzt alle... Deshalb hab ich auch schon sieben Folgen oben, oben so. Oven. Oven. Kravitz hat sich Strom geklaut, steht da. Wart? Kacken dreist. Kravitz? Ist Ted im Megaprojekt schon wieder? Nein, Ted ist nicht im Megaprojekt. Doch, bin ich wohl. So, ich weiß gar nicht mehr, was ich als nächstes bauen wollte überhaupt. Ich wollte mir eine Bedbox bauen. Okay, ich glaub, das ist einfacher, die Kisten hier einfach so stehen zu lassen, wie die sind. Ich muss doch noch Tin haben. Ich hab auch keins. Das brauch ich auch. Wir wollen doch eigentlich mal auf Rohstofftour gehen, ne? Ja, können wir machen, sobald die Kravitz an ist. Ah, okay, okay, okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dauert allerdings noch ein paar Minuten, weil ich da halt dieses Rohrsystem bauen möchte. Mann. Ach, guck mal, da haben wir doch noch Tin, lol, 50 Stück, ja. Ja, warte, bist du bei mir im Lager? Ne. Doch, bin ich. Doch, bin ich. Ich kann jetzt erstmal die ganzen Sachen hier ran, weil ich keinen Bock hab, die auszusortieren eben. Guck mal, jetzt sind ja nur wir hier, ne? Sollen wir nicht einfach durch alle Häuser gehen und alle Rohstoffe klauen? Äh, warte. Ja. Und alles, und überall ne Query drüber bauen. Ach, man kann die Kisten mit der Porto-Garten umsetzen. Ja. Das wird jetzt richtig übel, Leute. Mach ich später. Und 64 Empty Cells voll machen. Sebastian, kannst du ja mal mitbringen. Was denn? Äh, Lava? Lava so. Ja, wie in Eimern oder was? Sechs Eimer. Ja, dann, warte. Soll ich den Eimer machen, oder hast du? Ne, ich mach schon. Drei hab ich. Sechs Eimer, brauche ich sechs. Warte, einer von euch ein bisschen Eisen über. Boah, ich hasse das. Ne, ich hasse das einfach so. Hast Shift gedrückt? Ja, Mann. Jetzt hab ich 19 Eimer. Ich hasse das. Ja, ich brauche aber nur sechs. Ja, gut. Ich mach noch einen. Für alle, die fragen, ob Tate im Megaprojekt ist, nein, ist er nicht. Der ist Gast. LOL, Ruffel. Habt ihr es immer noch nicht gecheckt, dass ich sieben Folgen schon oben hab, oder was? Also, Tate ist im Megaprojekt. Boah, dieses Telefon, ne? Mein Feuerzeug. Was für ein Telefon? Ja, hier geht immer das beschissene Scheiß-Telefon zu Hause. Warum? Weil irgendwelche Arschlöcher immer anrufen, weil sie dich mal hören wollen? Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch wichtig, aber ich geh nicht dran, wenn ich aufnehme. Ist der Livestream eigentlich richtig live oder paar Minuten versetzt? Ne, Sekunden nur, wenn, ne? Ja, Sekunden. Also, ganz paar Minuten. Ja, du kannst halt einstellen, dass du richtig die Layers, damit die nicht ghosten bei Loil zum Beispiel, weißt du? Weichte so. Sebastian, hast du nicht ein bisschen Eisen für mich über? Ich bin gerade in der Hölle. Ach so. Ja, dann guck doch mal, ob da Eisen ist, Sebastian. Du bist total unflexibel. Da ist doch voll viel Eisen in der Hölle. Hol da doch. Bring da doch mal was mit. Nee, hier sind wir doch heulende Kackbleiben, Alter. Ich schieb mal aus, Raster. Verpisst euch bloß. Lass meine Abonnenten in Ruhe. Die meine ich doch gar nicht. Ach so, okay. Alter, was? Jetzt schreibt einer. Hat Ted Minecraft? Ja, klar. Nein, hab ich nicht. Der zockt halt über den Browser von Mojang. Geht ja auch. Echt? Geil. Ja, so testmäßig, glaube ich. Ja, zock ich doch schon immer. Also ich bin ja schon seit der ersten Stunde Alpha-Tester. Wo bin ich hier eigentlich? Ich laufe hier so irgendwo lang, ey. Hier so irgendwo in so einem Grundstück. Boah, ist das geil. Komm, wieder falsch rausgeflogen. Und hier wieder raus. Also bald ist die Lava alle, ne? Wollte ich nun mal... In der Hölle? Ja. Die Lava, die Hölle ist leer. Also über den Mega-Projekt-Gay-Edition habe ich schon nachgedacht. Echt? Für die Fragen. Ja, wieso nicht, also... Ne? Vielleicht packt das schon mal hier rein, liebe supergeilen Recycler. Wat sollet? So, was wollte ich denn jetzt machen? Scheiße, jetzt sind die Eimer dran. Ah ja, genau. Ted zockt Minecraft auf dem Handy, das habe ich vergessen zu sagen. Immer. Wie viel Eimer brauchst du? Äh... Fünf, fünfzig. Sieben war das, glaube ich. Ne, sechs. Ja? Ja. Weil er tut so, als wüsste der Latt nicht. Ne, sechs. Ich habe nur noch mal nachgezählt. Das ändert sich doch hier immer. Was ist los? So. Scheiße. Nein, ich hasse meinen Orientierungssinn. Wo komme ich denn jetzt zurück? Pneumatic-Tubes. Da zeige ich euch mal, was die meisten hier nicht machen. Oh, das ruckelt, das ruckelt, das ruckelt, das ruckelt. Alter, ich bin ja... Wie machst du was nochmal? Brass, Inget. Brass. Ich hasse es. Ich hasse es. Eigentlich wundern, ich gucke ab und zu in den Chat. Ich bin nur halt mega konzentriert teilweise. Ich kann mir gerade gar nicht. Und ich antworte mal kurz. Ja, Walking Dead 400 Days kommt auch noch. So, wo waren wir jetzt? Oh yeah, baby. Hier war noch irgendwo der Eingang, oder nicht? So. Ich brauche jetzt erstmal eine Schaufel. Ich habe das gebrasset, in meinem Gucken. Scheiße. Nein, ich bin nicht mehr zurück. Kacke, obwohl ich ja schon so oft war. Die Folge ist hier Nummer 43 oder 44 im Gegensatz zum YouTube, um das jetzt mal in Folgen zu nennen. Da. Jawohl. Okay, kann heizen, dann brauche ich schon mal die Motoren eben. Wo hast du hier hingetan, die Pistons? In den Project Table. Puh. Das kannst du doch nicht machen. Wieso? Das ist ja scheiße, ich komme zurück, Leute. Keine Ahnung. Warum hat das passiert, was wir haben? Ja, ich bin jetzt wieder zurück in das Haus und so. Wo ist mein Zuhause dahin? Yeah, baby. Boah, ich habe es geschafft. Ich bin so ein Pro, ne? Halt die Fresse, du Furze. Warum ist hier ein Creeper aufgegangen? Ich bin gar nicht in der Nähe. Ich bin auf meinem Grundstück, also. Oh, jetzt hat der Creeper die Sentries angegriffen, die so hinter den Felsen waren. Ehrlich? Ja. Nein. Aber egal, die leben noch. Ja, du solltest hier oben eine Tür einbauen. So, kommt jetzt nicht unbedingt hier runter wieder, weil die sind aktiviert. Ich brauche den Glas hier oben. Scheiße, ich brauche was zu essen. Könnt ihr euch schon reichen hier an Pneumatic Tubes. Jawohl, so, ich bin zurück. Wofür brauchst du denn die Pneumatic Tubes? Eisen. Habe ich überhaupt noch Eisen jetzt? Ach so, rum. Nach der Aktion? Für, für die, ähm, Sarat? Für die Query. Ja. Ach, das reicht schon, ey, krass. Hast du die Query noch gar nicht komplett, oder was? Ne, doch, aber ich mache die Pneumatic Tubes, weil du hast ja das Problem, wenn die Items da rausfahren, dann gehen die einfach in irgendwelche Random Kisten rein. Ja. Und wenn die voll sind, dann spritzt das quasi über. Ach so. Und wenn du die Pneumatic Tubes mit einem Transposer dahin machst, dann schickt ihr dann immer nur in Kisten, die leer sind. Okay. Loll, richtig gut. Muss ich mir mal angucken hier den Transposer. Oh, 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 oh. Ich glaube, das wissen die wenigsten, weil, benutzt Spark und so, benutzt er dann ja auch nicht das Prinzip. Beton, du musst mir mal helfen, ich komme hier gleich nicht raus wegen den Turtles, du hast die Wand weggemacht. Ja, klar. Und der Transposer, wenn das angeschlossene Rohr voll ist, oder die angeschlossene Kiste, dann schickt er die zurück, oder was? Genau. Oder weiter halt dann, ne, ja. Alter, sind aber mehr, ne? Ja, zehn habe ich dir jetzt gegeben. Hast du mal was zu essen für mich? Ah, ne, ich habe noch was dabei. Habe nicht. Ja, jetzt musst du mir mal helfen, hier rauszukommen. Ja, warte, warte. Schlag den einfach in die Fresse, den Sentries. Ich mach mal eben die... Und jetzt hab ich mich tot auf der Entfernung. Ich muss dich halt anpirschen. Von wie gut die zuhören. Kommt nicht zu mir runter, weil die Sentries sind jetzt aktiviert. Okay. Und kommt direkt hier runter. Die Sentries. Wie soll ich dir das sonst bringen? Bescheid sagen, dann komm ich hier hoch. Bau dir doch so einen kleinen Lift, wo man Sachen drin ablegen kann. Okay, du kannst ja was. Ja, lauf vorbei, schnell. Ja, danke. So, dann auf zu Chat. Wo ist er denn? Da hinten. Ui. So, warte, Pneumatik-Tubes sind da. Transposer habe ich ja noch nicht. Pass auf, er haut den Boden rein. Hier. Ich glaube, so war das, ne? Die Golle, wo bist du? Äh, ah, da, cool. Ja, cool, danke schon mal. Tin, 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 gear. Weiß noch nicht, wie viel das ist, aber... Ja, hab ich jetzt nicht. Und Glass. Oh, cool, danke. Ja, das hilft mir aber schon mal sehr, sehr weiter. Das ist gut. Und Glass. Ah, guck mal, zwei Electric Engines, die haben wir jetzt schon mal. Obwohl, hier ist mir gar nicht so viel weiter, aber ich muss ja noch, äh, ich brauche noch Tin und habe ich gar nichts. Nix oder wat? Zaubert einer von euch, keiner, ne? Ne, bis jetzt so nicht. Ja, lass doch. So ein paar Shards habe ich. So. Wenn ich jetzt was sage, ruf noch mehr an. Turtles! Ihr bekommt noch einen Augen. Wenn du jetzt was sagst, ruf noch mehr an. Ja klar, das ist irgendein Spacko aus dem Livestream, der sich... Also mich stört halt nicht, du kannst euch so oft anrufen, wie du willst eigentlich. Wenn die Tür jetzt zu ist, nervt das nicht. Aber du bist voll der Homo. Genau, voll der Junge. Robert, macht man nichts. Und wenn du Eier hast, dann postest du jetzt deine Telefonnummer hier im Chat. In den Chat, dann rufen wir dich auch mal ein bisschen an. Und zwar alle. Ja, und zwar permanent. Über die nächsten sechs Jahre. Ich schicke deine Liste rum, wer wann dran ist. Boah. Zu jeder vollen Minute rufen wir an. Auch nachts. Ist ja eigentlich nicht viel für jeden, ne? Ne, eben. Ist ja kein Aufwand. Einmal anrufen. Die Hölle. Sehr gut, das war nur noch ein Timer. Nur noch ein Timer. So. Einmal ein Mal-Timer. Ich muss erst noch was fressen hier. Erst mal Kartoffeln fressen. Komm, zack, zack, zack. Ich brauch Fressen. Jetzt schreib doch nicht ewig Telefonnummern da rein. Hä, wo waren die anderen Türfe? Die als direkt abgeht, so. Ich hatte doch drei, oder bin ich behindert? Ne Steinwaffel brauch ich dafür. Wo sind die, dann sind die hier dran? Stimmt, hier ist ja auch noch was, lol. Ah. Steinwaffen? Eine Stone Wafer. Ach so. Für den Timer. Ich hab grad Steinwaffen irgendwie verstanden. Ja, ich hab erst gesagt. Eine Steinwaffel, hab ich gesagt. Ah, okay. Das erklärt natürlich einiges, ne? So, ich brauch jetzt mal jetzt hier eine Treppe hoch. Ah, der Stone Pointer. WTF hab ich einen Pointer? Nein, hab ich nicht. Hast du noch nicht? Immer nicht. Wo ist die andere Turtle? Arlene, nix wissen. Ich hatte doch nicht nur zwei. Genau, ich hab jetzt eine Idee. Ich bau das jetzt erstmal in meinem Inventar auf. Hatte ich nicht. Ich glaub, das reicht sogar schon, ne? Was reicht schon? Was hab ich hier an... Ne, reicht noch nicht, was ich hier an Teile hab. Teile, Teile? Teile? Hier brauchte ich ja nicht. Teile, Teile? Die guten alten Teile, Peter? Ja, klar. Die sich immer so süchtig schön verstrahlt haben, ja. Da isst du doch und sagt nix. Hallo Turtle. Nein, keine Nummern mehr eingeben. Nee, das ist für eine gewisse Zeit lustig, aber... Nicht 24 Sekunden. Peter, du sollst einstellen, dass jeder nur alle 90 Sekunden meine Nachricht schreiben kann. Nein, der macht weiter. Der hat Rehwart, oder? Ja. Das muss ich aber noch nicht später machen. Scheiße. Weil ich find das, glaub ich, nicht so schnell. Nee. Wieso? Wie weit war denn das? Oder vielleicht ja doch. Warte, ich geh mal im Gucken. Ja doch, fast fertig. Ich hau mal eben ne Werbung rein und bin dann gleich wieder da. Wow. Ja doch, die ist fast fertig. Warte, bei Settings, glaub ich. Aber hier in der Folge bleib ich... Also, ich bleib da. Ja, ich bleib auch da. Okay. Echt? Also, hier könnt ihr jetzt die ungeschnittenen Rohgespräche zwischen uns hören. Penis. Penis! Boah, Pimpel, ey. Ah, warte, hier ist ne Chat-Option. Wenn du Samstag kommst, Peter, ne? Ja. Können wir dann so ein bisschen rangeln? So wie, so wie früher als Kinder, so ein bisschen, so halt ein bisschen rangeln nur. Warum? Ja, nur so. So ein bisschen rangeln halt. Also, ich find das grad nicht, wo ich diese 15... Weißt du da, Sebastian? Hä, wat? Wo man eingeben kann, aber nur alle 15 Sekunden eingeben kann? Ne. Ach, Chat ist schon um 90 Sekunden voll langsam, schreibt da jemand, okay. Ach so. Okay. Ähm, wat ist denn, aber, ne, weil ist geplant, bisschen rangeln, ne, Samstag. Warum? Ja, nur so halt, bisschen rangeln. Ringe, Rangel, Reine. Weißt du, du hast halt schon einen guten Körper und so, Peter. Zum rangeln. Ja, halt nackt rangeln, ein bisschen, weißt du. Ich fang dann jetzt mal an zu bauen hier. Wollen wir nicht gleich auf Raubtour gehen? Ja. Ja, dann hau mal rein, du hast grad gesagt, so paar Minuten, weißt du. Ja, klar, wat ist denn paar Minuten? Schon wieder fast ne Folge rum und was los. Ja, dann baue ich das halt nicht, dann kriegst du halt keine Krabby. Ja, egal, dann bau das doch schneller einfach. Okay, warte, ich renne eben nach unten. Die werfen das hier einfach ab, weil kein Platz mehr in der Kiste war, WTF. So, dann nehme ich jetzt mal Glas mit. Ich muss doch nochmal zählen, wie hoch dat war. Wie hoch wat war. Oh, fuck, hier ist auch voll die Kiste, Mann. Das Musterhaus, wie hoch das Musterhaus war. 18 war schon die Umrandung, ja. Warte mal, weiß. Ach, ich hab ja hinten noch ein paar Rubber-Trees gemacht, das könnte ich auch mal abernten, wa? Ich brauche mal einen Cobblestone, damit ich der Truhe sagen kann, wohin. Ich baue hier gerade mein Türbchen, während meine Turtles buddeln. What? Ich will schon mal die erste Ebene fertig haben. Ist das so, wenn dieses Sticky Resin, ne? Ja. Wenn das in den Baum fällt, ist das dann weg? Irgendwie? Ist das so ein Bug? Wenn du die Blätter nicht abmachst? Das weiß ich gar nicht. Das ist voll komisch, weil manchmal habe ich das, ähm... Ich schlage das weg, das fliegt irgendwo auf dem Block von den Blättern drauf. Und wenn ich den Block wegmache, ist das Ding auch weg. Einfach, einfach so. Gras. Mysteriös. Ungelöste Rätsel der Physik. So, ich werde jetzt mal eben die Pneumatic-Tubes hier verteilen. Oh. Boah, das ist schon ganz schön tief unter mir. Jetzt muss ich richtig aufpassen. Alter, scheiße. Sollte so eigentlich funktionieren. So sollte es keine Überfüllung geben. So, okay. Nee, nee. Äh, nee. Ich muss halt hier unbedingt noch mit dem Portal ganz mal alles ein bisschen rumziehen. Die ganzen Kisten, die schweben bei mir in der Luft. Wie ist das eigentlich? Die Turtle, ne? Ja. Ähm, muss man die irgendwie, äh... Wenn man die einmal programmiert, bleibt das? Oder muss die jedes Mal programmieren, wenn... Jedes Mal. Ja, jedes Mal, wenn du die setzt, musst du was eingeben. Ähm, wenn es leckt, dann hat das nicht unbedingt bei mir was zu tun. Boah, ist ja ätzend. Sebastian, erklär doch nochmal. Ähm, ja, das ist halt so, dass das bei den meisten so ist, dass wenn man von 360p auf 720p schaltet, das besser läuft und flüssiger, als wenn du auf 360p guckst. Voll dumm. Genau, versucht einfach mal mit den Einstellungen ein bisschen rumzuprobieren oder ansonsten... Ja, weil ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die je nachdem, was für eine Quali du angibst, auch die Verbindung drosseln, ne? Ja, genau. Die Scheine, Mann. Weißt du, so ein Macerator braucht so voll Electronic Circuit und so und Computer baust aus einer Scheibe ein bisschen Stein und Redstone, so total hohl, Alter. Ich fand das gut. Ja, ich finde das jetzt auch nicht schlecht, also, aber so im Vergleich so zur Komplexität von den anderen Sachen hier. Achso, ja, klar. So voll heftig. So, ich werde direkt machen, dass die Steine verbrennen. Wieso? Die guten Steine, Peter. Steine. Ups. Hey Mann, was war das da? Steine, Peter. Wenn ich die Kiste halb leer habe, dann werde ich wieder den Cobblestone Generator da anmachen und dann haben wir schon wieder gar keine Probleme mehr. Zack, haben wir wieder Glas. Äh? Richtig geil. Äh? Easy win, ey, ich sage dir, Junge. Ich mach dich kaputt. So, Cobblestone, what give it? Aber wieso machst du den kaputt, Mann? Steine, OMG. Warum machst du kaputt? Ah ja, genau, Cobblestone ist schwarz. Das ist einfach so gut, dass du aus Cobblestone einfach Dings machen kannst hier. What? Sand. Achso. Aber aus Cobblestone geht das auch. So. So, mit dem Macerator oder was, oder? So, Electric Engine. Okay. So, mach ich mal testen, aber das funktioniert hier, weil ich hier baue. Uh. Boah, wie gut, dass ich die Lungen voll Boots habe, ey. Manchmal habe ich immer noch von A, das ist ein Unterfall. Ich brauche erstmal Kohle hier. Ich muss meinen Ofen wieder ein bisschen anheizen. Ich muss die Dinger ja noch anmachen, Junge. Ich brauche Strom, Freunde. Und das muss jetzt richtig zackig gehen hier. Sehr gut, sie laufen. Macht mal was Besseres. Wie? Macht mal was Besseres. Was ist denn für dich was Besseres? Peter, wenn du dir am Ende eine Voidpipe machst, sparst du dir die Lava, schreibt hier gerade jemand. Ich weiß, aber da müsste ich jetzt wieder eine Voidpipe machen. Mach doch. Und ich weiß, da habe ich mir noch nicht Nachhinein, wie dir geht, weil jetzt habe ich einfach die Lava da drin. Die komplexen Sachen, die mache ich erst später. Ah, hier, ich lese gerade im Chat, wenn man die Turtle benennt, speichert der die Programme wohl. Speichert die Programme? Also ich wusste nur, dass er die Restenergie speichert von Kohle und so. Kohle. Dass er die Befehle speichert, war mir nicht klar. Ja, vielleicht speichert der auch die Befehle, weil ja da noch Energie da ist oder sowas. So, um das ganz physikalisch zu erklären. Ich weiß es nicht. Ach man, ey, weißt du, ich hasse das, wenn ich so an der scheiß Werkbank stehe und alles schon platziert habe und dann fehlt mir noch ein Block. So, weißt du, jetzt habe ich Redstone nur vergessen für die Mitte und dann... Kannst du da rüber. Okay, manche Sachen, die rutschen einfach aus der Lava wieder raus. Die rutschen einfach so rein, ne? Ach, aber das ist eigentlich mit der dritten Turtle, die müsste jetzt eigentlich fertig sein, ne? Aber ist eigentlich auch Latte, weil wenn man hier fünf Minuten nicht steht, sind die Sachen eh weg. Hui! Hallo Turtle, bist du fertig? Kann auch mal was anderes rauskommen, ey, WTF? Wie, was kommt denn da nur alles? Hier, komm, mach Voidpipes bitte, Voidpipes. Ärgerlich, ey. Ja, dafür brauche ich Inksec. Den habe ich doch nicht. Vielleicht kann man gucken, ob ich doch einen habe. Weil ich ja doch nicht so aufwendig. Peter, hast du zufällig drei Dias über, dann könnte ich mir nämlich eine Turtle bauen. Das würde mich, glaube ich, schon mal ein bisschen voranbringen. Drei Dias, jetzt fängt er hier an, drei Dias. Ja, ich kann dir auch, äh, was brauchst du denn? Naja, kann ich dir mal geben. So ein bisschen, äh, Handelswaren habe ich ja auch. Geh nur nicht runter in den Keller. Okay. Ach, guck mal. Ich komme mal zu dir zur Tür damit. Okay, warte, ich guck mal, ob ich einen Inksec habe. Ich glaube nicht. Ne, habe ich da nicht. Wir können aber jetzt gleich auf Erkundung so ein bisschen gehen, wenn der Bock ist. Oh, Mensch, warum muss ich so viel rumliegen? Ich hasse das. So, sehr gut. Okay, ja, ich stehe jetzt hier an der Treppe, wo die, 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 die Basta sind. Ja, die, die Query läuft weiter jetzt, ne? Oh, das wird ärgerlich. Da gucken wir dann halt immer runter. Hui. Das schon muss auch weg. Genau, in der kleinen Akonus so gibt das gleich. Aber, ich gehe mal zum Tett hoch. Hui. Hallo. Hi. Ich mache mir mal meine Taschen leer in random Kisten natürlich. Ah, ja, vielen Dank. So, ach, guck mal, wer da ist. Winniecraft. Hui. Das habe ich so viele Rohre gemacht, ich brauche voll wenig. Oh. Hallo. Schreibe ich dem direkt mal. Sag ihm auch Hallo von mir. Lol. Ne. 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 Uh. Redstone kommt dann hier oben rein. So, Turtle, sei fleißig. Ein bisschen einräumen muss ich ja. Peter, vergiss deine Portal gar nicht. Gleich pennen, sagt er. Warum? Ja, dann können wir schnell wieder zurück. Dann machst du hier schon eins hin. Ach so. Und dann brauchen wir nicht den ganzen Weg zurücklaufen. Ja, aber ich drücke dann eh den falschen Knopf. Du liest den Chat ja gar nicht, doch ab und zu schon. Ted, geh mal ganz nah an dein Mikro und sag was so like a Radio Moderator. Ne, jetzt nicht. Fällt grad nix ein. Könnt ihr auch im Bett? Like a, ach so, ja. Bin im Bett. Ich auch. Benutzt du den USB-Konverter und ist das besser oder schlechter? Es ist, ähm, neutral. Ich glaub, das ist sogar besser. USB-Konverter? Ja, für das Headset, weil sonst brauchst du ja ne, ähm, ne gute Soundkarte wiederum. Ja. Und so kannst du dir die gute Soundkarte sparen. Aha. Wo tue ich denn den Chest denn? Ach, siehste, jetzt hab ich das verpeilt. So, hier hab ich so ne Alles-Truhe. Oh. Ich auch, ich hab sechs oder sieben Alles-Truhen. So, ich hab Brot mit, ich hab, ähm, ja, Spitzhacke mit, obwohl ich könnte vielleicht noch ein bisschen Holz mitnehmen. Ähm, ist das egal, was man sich für ne Turtle baut? Kauft. Ähm, ja, du machst ja erstmal ne ganz normale Turtle. Ja, ja, genau, die hab ich. Dann kannst du dir irgendwas Bestimmtes in die Hand drücken, zum Beispiel ne, äh, Spitzhacke. Ein Besen. Aber das ist dann quasi egal, ja? Also, wenn ich dir jetzt nur ne Spitzhacke gebe, dann erntet die aber auch alles andere ab, ne? Ja, eigentlich schon. Echt? Gut. Also, was ich arbeite, ich bin Arbeitsloser, ähm, Schmarotzer. Peter ist Arbeitsloser, Arbeitsloser, ne? So wie Herbert Schwakowian. Genau. Man ist auch immer, ich sag immer selbstständiger Arbeitsloser. Ja, oder so. Ja, ist auch cool. Ja, man muss ja den Nebenstand erklären. Ich glaub, ich schreib das auch mal unten rein, was man so macht. So. Boah, und kann mir jetzt einer noch ganz kurz und bündig erklären, wie ich mal eben die Törtel programmiere? Du, ähm, ja, du machst, du machst, äh, warte, Label, Label, Set, Name. Ähm, dann packst du, dann packst du an erster Stelle irgendeine Energiequelle rein, zum Beispiel, äh, Kohle. Aber hier, äh, ach so, Label, Set, Name und dann Enter das, oder? Ja, mein Penis ist immer noch solch. Ja. Muss ich da noch ein Name eingeben, oder ist das? Ja, anstatt Name machst du halt Name. Also Label, Set und dann den Namen eingeben. Ach so. Label, Set, äh, Porno, Klaus. Textur, Packet, Swags. Porno, Klaus nicht. Da läuft die nur nach vorne und hinten die ganze Zeit. Ja, eben. Ach so, da musst du aber noch ein Leerzeichen zwischen, ne? Naja. Ja, ich hab jetzt gedacht, alles zusammen. Der sagt mir immer noch, no such program. Label, Set, ach nee, ach, lol. Hier sind nirgends noch Tittenfische, what the fuck? Obwohl, warte mal, Label, L-A-B-E-L, ne? What? Ja, ich mein schon. Label, Set, Tet. Also Label, Set auch auseinander, ne? Ach so, ach ja. Say what? Ah. Ich muss hier dran vorbei. Ja, ne, so ein Rucksack wär mal nicht schlecht irgendwie. Wie kann man Optifine auf Vizebies installieren? Keine Ahnung, hat der Kev gemacht. Ja. Aber ich hab's auch mal gemacht, aber das ist zu lange jetzt. Porno, Klaus heißt das Ding jetzt. Weil man kann in dem Launcher, kann man Mods hinzufügen klicken und bei Optifine steht auch drauf, wie man das macht. Also da ist eine fette Anleitung drin. Und jetzt kann ich da unten Kohle reinschmeißen? In das rote Feld, also in das oben links. Dann fällt die einfach geradeaus, oder? Nein, 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 dann machst du so. Refuel all. Ja. Okay. Wenn die Crap denkt, sie auch, was ihr da macht. Ich muss mir erst mal Kohle holen. Was machen die denn da? Die sollen in die Turtles schreiben. Dann zieht er sich erst die Kohle rein, oder was? Ja, dann steht da auf, wie viel der hat. Okay. An Energie. Und so viele Blöcke kann er dann, glaube ich, abbauen. Tü-tü. Mein, dass das so ist. Ich habe keine Kohle mehr. Aus den Cobbles Scrapboxen herstellen lassen, hier habe ich ja, lohnt sich nicht, weil ich schon Cobbles und Generatoren über den Recyclern habe. Boah, ich will, boah, ich habe nur noch neun Kartoffeln. Ich will aber ne Frikadelle haben. Warte mal, ich komme mal zu dir. Ich will keine Kartoffeln. Ich will Frikadelle essen. Ach, boah, wir sind schon bei knapp 45 Minuten. Ja, nix geschafft, Mann. Ja. Ja, aber gar nix, hör mal. Boah, hier rennen ganz schön viele Zombies rum, was ist denn hier los? Aber wie schnell so ein Zaun verbrennt, ne? Was, bevor hast du da mit deine Turtles, mit Zäunen? Oh. Ja, ich wollte gerade ein paar Zäune verbrennen, um Kohle rauszumachen. Wo hast du die Turtle denn? Wo ist sie? Hier, hier runter, ja, da irgendwo. Ah, noch ne Portalgun gefunden. Ne, ne, hier, 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 hinterher. Was willst du denn mit der machen jetzt? Ich will eigentlich nur, dass die hier so möglichst viel weggräbt. Ja, wohin? Nach unten zur Seite oder was? Ja, so nach unten im Viereck oder so. Ja, dann machst du, äh, warte mal, ich habe glaube ich gerade noch ein bisschen da. Portalgun hat noch keiner, ne? Weil hier gerade jemand schreibt, ungespielt wird die tauschen. Warte mal. Weil das die geilste ist. Ich klau die mal eben. Ja, ja. Oh yeah. Die, äh, fängt, also die geht im Uhrzeigersinn heiß. Äh, warte mal, da kommst du runter. Dann packen wir die Turtle mal da hin. Warte mal. Ja, dann ist es auch egal, ob hier alles zerstört. Ja, pass auf. So. Dann packst du da hinterher ne Kiste und dann geh mal in die Turtle rein. Okay. So, siehste. Ja. Und ich schreib. So, dann machst du jetzt zum Beispiel Excavate und dann vier. So viel. Oh, siehst du jetzt, sagt der, ist kein Strom, also keine Energie. Jetzt ist Sticky Resin, so was ich reißen. Ja, pack mal raus. Äh. Ach man, hier sind ja nirgendwo mehr Spawner, ey. Lenk mich da am Arsch. So, dann machst du, äh, so, dann zieht der sich das alles. Jetzt hat der 5000 Einheiten. Sind ja nirgendwo mehr Spawner. Excavate vier und jetzt macht er ein viermal vier Feldweg. Bis nach ganz unten. Ach so, einfach. Vorsicht, sonst haut der dich. Weil ich hab irgendwie gedacht, ähm. Sonst haut der dich. Man müsste jeden Turn sagen, weißt du, so vier nach vorne. Das geht auch. Das kannst du, das geht auch. Du kannst Turtle's, äh, Turtle's auch ganze, ganze Gebäude bauen lassen und so weiter. Das geht alles. Oh, ja, ja, gut. Aber ich hab halt immer nur diese Tutorials gefunden und dachte so, mein Gott, das muss ich jetzt jedes Mal machen. Ja, ne, ne, gibt heute auch schon noch Befehle. Kann ich irgendwo mir den Fuel-Stand anzeigen lassen? Das weiß ich nicht. Ach so, okay. Oh, warte, da hinten, da hinten. Ja, das ist ja geil. Ja, danke, vielen Dank. Ne, ich geh nicht zu Saronic. Ich geh doch nicht in irgendeinem fremden Haus rein. Das mach ich doch auch nicht hier. Ne? Ne. Ja doch, ab und zu geh ich einfach bei der Nachbarin rein. Ja, wollte ich grad sagen, du gehst mal dahin, gehst in den Kühlschrank, machst dir was zu essen. Ach so, und die Kiste ist jetzt wofür? Dann kommt der da am Ende hin und lädt alles ab, oder was? Ja, so generell, wenn er mal voll ist. Dann geht er zurück, entleert das und geht wieder dahin und macht weiter. Ah, wow. Das ist ja, das ist ja unglaublich. Deswegen heißen meine auch Knecht 1, 2 und 3, weil das meine Knechte sind. Die Knechte. Boah. Genau, Modpack ist Light, richtig. Feed to be Slight. Jo. Teamspeak oder Skype, das hier ist Skype. Und ja, ich habe Longfallboots. Die hab ich mal gegen die, ähm, Solarpanels getauscht. Oh, ich hab kein Glas mehr, Leute. Ich muss mal wieder Glas produzieren jetzt. Das ist einfach so nice. Du rückst in die Schaltung und kriegst unendlich Glas. Das ist doch voll verhaltensgestört. Voll geil. Schwer, Junge. Du voll Gasfurze. In Holler machen wir das so. Oh, das war so. Ich mach das immer so mit die Fernseher. Tritt der da nicht rein? Ne, der fährt mit dem Gabelschafter da rein. Ah ja, genau, in die Verpackung, ne? Und wenn ich jetzt den Stecker reinstecke, dann funktionieren die. Spawner gibt es bei 250. Hat er aufgepasst? Boah, das dauert so lange. Zum Glück sind die anderen Etagen nicht so hoch. Minus 250. Vor allem, das geht dann auch noch so schräg nach innen. So eine kleine Kuppel. What the fuck? Also an die Zuschauer jetzt hier, die den Part jetzt gerade gucken, ihr könnt ja einfach mal in die Videobeschreibung reingucken. Da seht ihr dann so ein paar, äh, ja, Screenshots von den Touren. Nein. Die wollten sie bis jetzt haben. Oh, je. Also bei mir nicht. Ne, bei mir gerade auch nicht. Also bei mir nicht. Ein paar Skizzen davon. Wobei die Skizzen, die habe ich auch in meinen, äh, Dings drin, in meiner Artdatei von Minecraft, also im Text-Shop-Pick. Hätte ich jetzt Bilder, könnte ich die aufhängen. Dann könnte ich den Plan auch im Game zeigen. Ich könnte einen Creeper einpacken und die rüberbringen, Ted. Nein, bitte nicht. Ich mache die ganze Lagerform mit Creeper bei dir. Und ist denn eigentlich, ist die Quarry schneller als der Dingens? Als was? Äh, als die, als die Turtle? Also wenn du jetzt, äh, 500, was hat er geschrieben? 500 benutzt dann ja, aber nicht, wenn du nur eine hast. Ja. Und du kannst natürlich auch, anstatt eine Turtle, dann irgendwie, keine Ahnung, so 16 Stück, so 4x4 Chance oder so. Krass. Weder ist nix. Stimmt, da bräuchtest du echt nur 16 Turtles für. Richtig gut. Aber unterirdisch wahrscheinlich, oder? Ich will nicht in den Keller. Ach, boah. Vor allem, ich habe das gestern ja schon mal gemacht, weil ich jetzt gerade mache. Deswegen ist das gerade so ein bisschen ermüdend, sag ich mal, weil ich das schon kenne. Was hast du da nochmal schon mal gemacht? Ja, gestern habe ich schon den Turm angefangen, aber halt im, äh, Livestream-Projekt. Ah. So, guck, ob das alles so passt. Hier ist gar kein Spawner, du Ochse. Glaub ich. Oder ist, ne, oben kann der doch nicht sein. Wart hole ich mir denn jetzt mal? Ich brauche noch nur eine Schlaufe. Haha. Toll. Können wir jetzt endlich mal losgehen? Ja, klar, gerne. Ich warte nur auf euch. Ja, genau. Ja, ich renne die ganze Zeit hier rum und suche Spawner in der Zeit. Ja, dann sag doch, dass du fertig bist. Ja, hab ich doch. Vor allem mit euch, ich bleib hier. Ich muss bauen. Was bauen? Bauen. Ja, dann, dann lass los. Ja, aber da renne ich nochmal zurück zum Stadtkern. Oh. Egal, wir werden gleich einen Spawner finden. Wir nehmen vielleicht noch einen Creeper mit jetzt, wenn einer vorbeikommt für den Ted. Hau ab. Da verstehe ich überall Spawner in der Stadt. Ja, das wäre ja noch schöner. Dann Spawner über riesige Horden von Gegnern. Mein Gott. Riesige Creeper. Die werden dann auch noch reingeflutet in die Stadt. Ja, klar. Von allen Seiten. Wollen wir mal, einen Eimer wollte ich noch mitnehmen. Oh, wir haben eine Mondfinsternis. Ne, Sonnenfinsternis, oder? Weiß nicht. Ne, Mondfinsternis. Ich könnte mal auf den Mond schießen und in dein Haus, Ted. Nein. Kennst du das? Ne. Dann hast du ein schwarzes Loch und alles wird reingesogen. Im Haus? Mhm. Da ist Feierabend. Wenn du womit da drauf schießt? Mit der Portalgun, auf den Mond und dann in dein Haus. Ach so, okay. Ich saug dann alles da rein. Oh yeah, Baby. Nein. Peter, kannst du pennen? Ne, ne. Sekunde. Kannst du einem schreien, dann muss ich nicht aufhören zu rennen. Genau. Dann mach ich hier das Ding noch fertig. Oh, scheiße. Jetzt hab ich schon kein Glas mehr. Wie schnell geht das Glas denn bitte weg? Sag, wenn du liegst. Hi, Ted. Hi. Warte, ich renne ins Bett. Ah, ich lieg schon mal. Need more Glas. Da müssen wir uns jetzt jedes Mal ausloggen, ne? Ja, aber ätzend. Nur weil er Strom braucht. Bisschen haier machen, los geht's. Blick auch. Los. Liegen jetzt alle? Ah ja. Okay, warte, ich mach mal kurze Werbung, während ich mehr was zu trinken. Ein Chip ist gleich. What? Ach komm, wir sind doch fast fertig. Sauber. Aber dann kommt der richtig nervige Teil. Das war jetzt eigentlich so das Monotone. Achso, der Rest ist nicht monoton, die 800 Etagen da oben. Ne, das andere, was jetzt kommt, das ist ja so ein bisschen kacke, weil das abgerundet werden muss. Und runde mal was bei Minecraft ab, wenn alles eckig ist. Ja, das verstehe ich auch nicht, dass es nicht in Form von der, äh, von den Treppen auch was Rundes gibt. Das schenke ich nicht. Ja, für mich, für mich irgendwie voll Panne. So, weißt du, cool halt, weißt du, so ein Eckwinkel einfach, so ein halbrunder, wird ja schon reichen. Ach ja, mit dem Chunkloader an der Quarry, das ist totaler Quatsch, weil die hatten einen Chunkloader integriert. Stimmt, ja. Und deswegen, den Tipp lese ich so oft, aber das stimmt einfach nicht. Wie, das stimmt nicht? Klar stimmt das. Ja, aber dass man dann neben einen Chunkloader bauen soll, weil die sonst nicht läuft. Achso, ja, ne, ja, ja, gut. Hat Peter eine Quantumhose? Nein, das ist hier keine Quantumhose. Ich kann nur so, so schnell rennen. Ja, du hast einen Speedtrank drin und Buffalter. Warte, ich lade mal eben die 10 Millionen Hose auf. 10 Millionen, ne, eine Million. Gerade hat jemand geschrieben, die Spawner sind in diesen Türmen. Ja, weiß ich, aber da war nichts drin gerade, wo ich war. So, von mir aus können wir das jetzt. Ja, von mir aus auch. So, die gehen jetzt wandern, ich werde jetzt hier immer noch rumkreisen. Ha! Ich lasse mal hier. Mit meinem Turm. Sicher ist sicher. Warte, hab ich hier noch hier. Okay. Oh, das war Arsch. Und danach kommt eigentlich schon wieder Glas, ne, ja. In welche Richtung gehen wir denn, Peter? In die? So nach Westen? Ja. Ja, können wir. Ach, warte mal, ich brauche noch irgendwas zu... Hast du was zu essen bei? Ja, 22 Kartoffeln. Ob dat reicht? Ich hab jetzt gerade gar nichts, so. Was bohrst denn hier an hier unten? Wo? So, wie weiß ich das jetzt? Jetzt voll die Höhle drunter, cool. Oh, cool. Die ist aber schon natürlich da drunter, die Höhle. Ja, genau. Aber ich mach mir mal eben ganz schnell noch ein bisschen Brot dazu. Muss ich nur eben kurz Weizen sammeln. Hab ich komplett verplant jetzt mit Essen. Okay. Komfort. Halb so viel. Ja, ich bin aber jetzt schon fertig gleich, also. Genau, ich hab ne Quantum-Hose gecraftet. Oh, wie ich mich immer erschrecke, finde ich fast unerfalt. Aber ist das gar nicht schlimm. Ich hab ja da Jetpack. Ich kann mich da irgendwie nicht dran gewöhnen. Warum soll der Ted auch mal was schreiben? Hat doch gar keinen Sinn. Warum soll ich denn was schreiben? Keine Ahnung. Das ist so anstrengend. Ja, ich kann außerdem auch nicht schreiben, also. Oh, hast du nicht gelernt? Nee. Oh. Ich kann auch nicht schwimmen und auch nicht Fahrrad fahren. Hast du die 4N auf Gamiano bekommen? Keine Ahnung. Kommt ne Menge an, aber ich guck nicht immer unbedingt alles nach. Nee, alles wär ein bisschen viel, ne? Okay, wir sind einmal rum. Portel setzen, Peter. Nee, ich nehm die nicht mit. Ach so. Das ist ein bisschen zu heiß. Schade. Vielleicht finden wir ja noch eine. Die überstehenden Dinger weglachen. Okay, runterfallen kannst du schon mal nicht mehr. Ja, das ist schon mal extrem gut für mich, weil sonst falle ich ja immer. Für so ne Fallsucht quasi. Macht mal was Tolles. Was sollen wir denn Tolles machen? Das ist Megaprojekt, da hat man halt immer was anderes vor. Ja, was ist denn los? Ja, das ist diese, wie hieß das nochmal? Aufmerksamkeit, Spanne? Ja, für mich ist das was Tolles, weil ich baue meinen Turm. Zum Beispiel. Die beiden gehen jetzt Erze fahren. Das ist ja auch was Tolles. Ja, wir sind ein paar Erze holen. Aber wo? Ja, komm mit, ich weiß, wo eine Höhle ist. So, Glas wird immer weiter produziert. Ja, ich kann nicht schneller, Peter. Komm. Ich hatte letztens einen Hund, ne, dann bin ich durch den Wald gelaufen und dann war der Hund weg auf einmal. Ach, scheiße, das ist ja ärgerlich. Dafür brauche ich Dirt. Für Hunde. Komm mit, der Hund, krass. Wieso steht denn da eigentlich OF bei dir drauf? Der hat dich gesehen, ne? Peter. Ja, weil er hat Opti-Fine-Cape ist. Ach so. Hast du halt eingeblendet oder was? Ja, du hast ihn, glaube ich, eingeblendet. Ach so. Oder kann ich das halt auch ausmachen? Ja, weiß ich nicht. Weil das habe ich irgendwann mal geschenkt gekriegt. Oh, boah, bin ich erschrocken. Weil das kriegst du nochmal, wenn du, glaube ich, 5 Euro sponserst. Oh. Bei mir ist schwarzer Bildschirm, dann würde ich dir mal F5 empfehlen. Ja, lol. Vielleicht hat der auch keinen Ton. Drück mal F5. Ne, das hat er nicht gesagt. Ja, stimmt. Nur schwarzes Bild. Ach, 7,50 Euro. Ah, sehr gut. Wo ist denn die Höhle? Hier unten, Nord? Ne, eigentlich habe ich die 40 Meter weiter da markiert. Hä? Hä? Wo bist du denn jetzt? Ach, da. So, da unten kommt der noch wieder da hin. Hier, komm herunter, Ted. Beeil mich, ich komme gleich auch ins Loch. Ui. Yeah. Ted, schreib auch mal was. Warum soll der denn was schreiben? Ja, ist doch Bullshit. Die hören mich doch. Verstehe nicht. Ich verstehe das auch nicht. So, was machen wir? Teilen uns dann nachher? Ja, würde ich sagen, ne? Au, 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 au. Alles, was wir am ehesten haben, teilen wir am Ende, ne? Ja, denke ich, ist am besten. Oder bevor wir jetzt hier wieder Wettrennen machen. Ja. Meine Level. Ey, ach so. Bitte töte mich nicht, weil ich habe 34 Level. Aber... Ich könnte mal was verzaubern eigentlich. Ja, eigentlich schon. Hast du einen Verzaubertisch? Ne. Du kannst so... Der Concraft hat einen da oben stehen. Ja, genau. Ja. Da kannst du hingehen. Okay. Boah, geil. Das brauche ich nur ab, weil das so viel XP bringt. Wofür braucht man denn Apathit? Weil wenn du Hunger hast, isst das. Apathit, lol. Ich habe gedacht, Appetit ist gerade, wenn man keinen Hunger hat. Ah. So, weißt du? Stell dir mal eine Falle. So, Appetit ist... Ich habe Bock auf was Kleines, so. Vielleicht auch auf was nicht so Kleines, aber... Ich habe halt Bock. Genau, ich habe Lust. Ich habe ein bisschen Bock. Boah, wie groß dieses Apathit-Vorkommi ist, ey. Ja, ist ja nicht normal, oder? Ich glaube, wir hängen bestimmt am gleichen. Du so von unten, nicht von oben. Ein riesiges. Soll ich da nochmal querbeilchen durch? Was geil ist, der gibt halt ordentlich Level. Ja, ich habe jetzt auch schon 34 auf 36. Ich glaube, ich habe auch schon sechs Level dazu bekommen. Könnte ich machen. Wird aber scheiße, das da hinzumachen. Kacke. Ne, die Portalgun jetzt mitzunehmen ist Quatsch, weil ich gehe jetzt hier im Spawner suche und wenn ich hier in der Höhle irgendwie abkackt, dann möchte ich nicht nur die Portalgun kaputt haben. Ah, Controls. Hier ist es ja jetzt auch noch nicht so weit. Wenn wir jetzt 2000 Block weit weggehen, dann ist es vielleicht schon ein bisschen sinnvoller. Ja, gut, aber... Mein Dingens-Mode geht nicht, der Hover-Mode. Hover-Mode. Ne, geht doch manchmal nicht. Hover-Mode. Hover-Mode. Oh, yeah. Hover-Mode. Du arbeitest auch auf die Kirmes. Ne. Zwölf Leveler jetzt dazu bekommen bis jetzt. Bist du denn da unten hingekommen? Von oben, von dem Apathitfeld. Lol. Achso. Komisch. Was kann man denn damit machen? Hat da schon einer geschrieben. Light-Level-Overlay brauche ich da jetzt gar nicht, weil es ist doch Latte, ob hier dunkel ist. Apathit. Das kann man in Kisten tun. Cool. So, Created-Apathit kann man einfach. Wie viel Apathit hast du abgebaut? Meine Aufnahme ist außen, die geht nicht mehr an. Drei Stacks und 55. Ich habe sechs Stacks abgebaut. Boah. Und das waren 14 Level, glaube ich. Heftig, ne? War ein geiles Vorkommen. Ah, da bist du. Ich wollte auch nur wegen der Level ab. Na, auch nicht im Menü, lol. Ist der Sebastian überhaupt noch zu hören? Ich glaube nicht, ne? Schon lange nichts mehr gesagt. Naja. Oh, geil, Eisen und Kupfer, Peter. Ich habe ja nicht den Stream an, du Lustigen. Dann hörst du dich doch. Ja, eben drum. Aber ich dachte, wir finden mal ein paar Rubine, weil dann hätte ich mir gleich eine neue Spitzhacke gebaut. Oh, Mist, ich habe gar kein Holz mit. Also Holz schon, aber keine Crafting Table. Da kann ich auch nicht mit dienen. Aber so tief sind wir doch noch nicht, ne? Warte, ich gehe mal hoch und hack einen Baum. Wir sind 62. Ich bin draußen. Okay. So, und jetzt gehe ich wieder rein. Hui. Ah, ne, warte, hier war was anderes. Ja, er hat es gemerkt. Genau. Warte, hast du gemerkt? Ja, dass ich kein Holz mit habe. Geht wieder, Sepp? Ja, drinnen bin ich, aber ich weiß das gerade nicht, ob das mit der Aufnahme klappt. Ah, da bist du, ja. Woher gehen wir weiter? Hier, hier ist der Doku. Ja, okay, geht wieder. Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin, ich habe gerade bei der Auswahl die Aufnahmetaste gedrückt und dann Arsch, KT, aber ich kann immer noch nicht schweben mit dem Ding, keine Ahnung. Überall schon Fackeln, ne? Ja, ich war ja schon mal, aber nicht in jedem, oh, Skelett. Ah, ein bisschen Glas, geht noch da. Wie weit sind die? Aber hier ist noch dunkel. Da ist noch jungfräulich, hier ist noch ein Eisenerz direkt. Ja, hier unten auch, warte, ich mach mal unten. Aber nur zwei, ey. Aber hier ist doch gut. Hier ist doch gut. Also den Anfang hätte ich dann schon mal getan, das ist schon mal nice. Wir sollen nicht, ah, hier sind doch Rubine. Wir brauchen keine Klauen, dann macht ja auch keinen Sinn, jetzt zurück zur Stadt zu laufen, dann können wir die auch aus der Kiste holen. Hier sind auch Saphire. Ah, die blauen Rubine. Ja. Ach, Kacko, guck mal, jetzt ist der Ted weg, jetzt macht die Turtle wahrscheinlich nichts mehr. Das ist ärgerlich. Achso, weil ich nicht da stehe, oder was? Ja, bräuchte es einen Junkloader. Achso, okay. Oh yeah. Das ist aber eine nice Höhle. Oh. Hoffentlich ist die nicht irgendwo in der Lava. Die Turtle? Ja. Geht die dann kaputt? Ne, die geht nicht kaputt, aber wenn du da hingehst und die abbaust, ist sie weg. Du müsstest die dann von dem Punkt aus direkt wieder weiterschicken, aber dann hat die wieder eine andere Spur, weißt du? Ja. Achso, weil die Programmierung dann anders ist. Ja. Ich glaube, das haben wir bei unserem Together schon mal gesehen. Ja, beim Heiko, der da ein Riesenloch überall reingeprügelt hat, ey. Können wir nicht eine Turtle programmieren, die da wieder auffüllt? Geht, ja. Natürlich. Ja, geil. Ich glaube, ich brauche gleich den Mass Fabricator und dann werde ich nochmal zaubern. Ich glaube, das ist so heute noch... Steht noch auf dem Plan, sagst du. Zaubern. Ich habe noch ein paar Charts, Peter, wenn du brauchst. Ja. Jawoll. Kann ich dir gehen, brauche ich eh nicht. So kann er dann da hoch, was? Geh doch mal hoch, Mann. Hast du schon ein Tin-Oar gefunden? Oh, sehr gut. Ich glaube, ich mache das aus. Äh, noch nicht. Ich habe zwei. Voll selten so. Ja, doch. Ich mache das aus. Du machst das aus, Mann. Ja, ja, hier meine Cobblestone-Fabrik. Weil, äh, sonst produziert die nämlich endlos Weite. Und dann fängt das irgendwann an zu legen auf dem Server, weil hier überall Stein rumliegt. Ah, Quatsch. Und das wollen wir ja nicht. Doch, genau das wollen wir. Das wollen wir. Ich habe schon 10 jetzt gefunden. Und Silber. Und Lead. Das ist nochmal richtig gut. Das habe ich auch noch zu Hause alles, aber... Noch mehr 10. Ja, halt 10 und Eisen ist erstmal nur wichtig für mich. So, gut. Ich bin dann jetzt nochmal raus hier. Nein. Abgelehnt. Abgelehnt. Ich bin jetzt raus. Guck mal, wie schnell das geht. Warte, rausgehen? Krass, guck mal. Und weg ist er, krass. Peter, lass vorbeifahren. Das können wir nicht mit uns machen lassen. Ja, ätzend. So, dann bedanke ich mir. Du lässt den B2LP nicht so einfach sitzen, Junge. Doch, doch. Ich muss jetzt weg. Na, meck es oder was? Nein, aber jetzt noch ein bisschen was essen und so. Und gleich wollte ich weiterzocken mit Ungespielt noch. Ah. Aha. Erwischt. Aha. Gut, also Leute. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Ja, tschüss. Tschüss. Ist er weg? Können wir jetzt Listern über den? Jetzt bin ich weg. Haha. Tschüss. Ist er jetzt weg? Können wir jetzt Listern über den? Jetzt Listern endlich? Jetzt bin ich weg. Da macht er so eine halbe Stunde. Nein, jetzt bin ich weg. Jetzt bin ich weg. Ist er jetzt weg? Ich glaube, jetzt ist er echt weg. Meinst du? Er wartet ja nur ab und damit er nur einmal sagen kann, jetzt bin ich weg. Da warten wir jetzt eine halbe Stunde drauf. Jetzt ist er weg. Er hat aufgelegt. Ich habe gerade in einer Skyport-Film angeguckt. Ah. Hat dir keine Ruhe gelassen, ne? Nee, er hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe auch den grünen Saphir. Habe ich auch. Ein paar. Vier Stück. Da konnte ich cooles Werkzeug rausbauen. Ich hätte den Drill mitnehmen sollen. Ey, da bin ich blöd. Den Drill. Nein, er kommt nicht wieder. Nee? Los, Ted, mehr rumrätschen. Mehr. Agrodition. Dann werden die sich aber bedanken hier im Haus, ey. Machen die doch eh schon wahrscheinlich, oder? Wir gehen die ganze Zeit so ab hier, Mann. Der ist scheiß Stein. Ich muss vier, fünfmal draufhauen. Ey, so geht das nicht. Voll nervig. Boah, gehen wir erst auf den Sack, ist das Dunkel hier. So die ganze Zeit permanent. So ein Choleriker. Da können wir den Chris dazu nehmen eigentlich dann, wenn wir sowas vorhaben. Kann der gut, ne? Ja. Wie fandst du denn heute die Chris-Show? Ach, ging eigentlich. Geht. Also so im Nachhinein. Ich weiß ja nicht. Aber da reden wir mal andermal drüber. Und nicht hier. Ach so. Ah ja, stimmt. Da hören ja welche zu, ne? Der Feind hört mit. Eben. Vielleicht. Oh mein Gott. Wer weiß. Vielleicht hat die Jacqueline einen kleinen Bruder, der uns guckt und, äh... Oh. Auf einmal denkt er, hier, äh... Guck mal hier, guck mal. Die haben aber gesagt. Die haben aber gesagt, ne? Ja. Mein Opa, der hat sich heute gewehrt. Der wollte vom Pflegedienst nicht seine Medikamente haben. Was habt ihr da gemacht? Reingeschüttet? Nee, nee, gar nichts. Die hat dann nach 40 Minuten Diskussion aufgegeben vom Pflegedienst. Boah, krass. Heftig, ne? Trotzdem lange, ähm, durchgehalten. Ja. Wollte er ums Verrecken nicht nehmen. Er wollte Zeugen dabei haben. So, äh? Wenn er die nimmt, oder was? Wenn er deine Tabletten nimmt? Nee, dass er die nehmen. Darf. Ach so. Weil er hat gemeint, äh, das werden die Falschen. Oh. Oh, Creeper? Oh, yeah. Hast du den da runter? Boah, ich muss erst mal später wieder rauskommen. Na, ich flieg einfach nach oben und hacke in der Luft. Bin schon wieder voll, er leckt mich am Arsch. Du fliegst nach oben und hackst in der Luft? Ja, einfach nach oben durch. Kannst du mir nicht dann dein Jetpack kurz runterwerfen, weil ich auch hochfliegen kann? Nee, das ist ja dann leer. Was? Ist das noch so ein Scheißding? Ja, ist das noch ein kleines? Ein kleines. Ein kleines. Aber jetzt hab ich nicht davon leer, oder? Nee, ist auch dreiviertel voll. Ah, okay. Voll langweilig. Ja, stimmt. Das ist voll langweilig. Jo, 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 jo. Teta, fops, na, na. Schreibt da einer. Aber ist doch klar, man muss auch farmen. Ich weiß gar nicht, was die mehr erwarten. Man kann nicht das machen, was die anderen machen. Die sind ja viel weiter. Vielleicht sollten wir einfach ein Megaprojekt-Kreativ-Modus machen. Was meinst du, was da für eine kranke Scheiße rauskommen würde? Obwohl, dann müssen wir wahrscheinlich alle vier Stunden die Map komplett neu resetten. Ja, weil alles leckt. Alles leckt und kaputt ist. Warte, ich mach mal hier mal die Lüftung an. Oh, fuck, geht gar nicht. Ist hier schon wieder warm, Peterchen? Ja, wir gehen ja auch gleich nach Hause und dann machen wir auch was anderes. Ja, gleich aber erst. Ja, dann können wir auch was Neues bauen, was er wollte. Also ich hab zwei Tin-Or gefunden nur. Zwei? Ja. Ich hab 22. Echt? Ja, cool. Hast du eine ganze Ader gehabt, du hast? Und der mehrere vorkommen waren. Ich bin ja ein bisschen schneller hier in der Höhle, weißt du ja. Ja, gut. Ich hör auch Lava gerade, Lava. Ich hab grad auch schon welche gesehen, ne? Die ist hier unten, glaub ich. Ja, die ist unter dir. Echt? Oh yeah, Baby. Soll ich mal da hinbuddeln, da unten einfach? Ja, kommt heute, Dani kocht vor die Facecam, wie du gesagt hast. Äh, nein. Ne. Hab ich gesagt, dass sie vor die Facecam kommt? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Oh, guck mal. Gleich hab ich Level 30. Du hattest gesagt, dass die bei YouPorn vor die Facecam kommt, aber nicht hier jetzt. Wer hättest du gerne? Ich? Ne. Oh, ich hab ne Spalte gefunden. Ich hab ja mit sexuellen Dingen gar nichts am Hut, also. Stimmt, dafür bräuchte sie erstmal nen Penis. Ha, 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 ha. Ob ich weiß, wie man ins Mega-Projekt kommt? Man wird eingeladen. Genau. Also eigentlich fast unmöglich für Leute, die keinen Kanal haben. Außer natürlich ein sehr hoher Geldbetrag an jedem, der Teilnehmer wird gezahlt. Boah. Jetzt ist halt irgendein so ein reicher Spacko, der seinen Papa mal fragt. Oder an mich, weil ich bin Lobbyist hier auch. Also da geht einiges. Du machst das schon, ne? Ich brauch erstmal so zwei, drei Blanko-Checks, dann kann ich arbeiten mit dem Geld. Dann geht das ab. Verschreib schon an, das kann ich machen. Ja, okay, dann schick mir mal ein paar Blanko-Checks, der ist voll nice. Ah, Tett, ich seh dich. Aber ne, ah, wo denn? Wo bist du denn? Ach, da. Aber nicht wundern, wenn dann da eine Yacht in Seychellen und so draufsteht, ne? Passiert mal, ne? Ja. Oh mein Gott. Die hole ich mir dann und fahre die kaputt direkt am ersten Tag. Echt? Ja klar, so voller Arsch so. Selbst wenn sie das Geld wiederkriegen sollten oder würden, wenn sie die Yacht umtauschen könnten, das trotzdem nicht geht, weißt du? Trotzdem kaputt machen. Eben, komplett zerstören. Ähm, mit der Community-Map, wie das geregelt wird, quasi hab ich die von, ich weiß mehr, wie der hieß, genommen. Ich glaub, von dem letzten. Aber mitmachen können alle. Von den vier Finalisten. Aber ich brauch da noch Zeit. Aber wir haben auch grad noch ein anderes Projekt laufen. Ja, also vor der Gamescom wird das alles ein bisschen schwer, ne? Ja, ich glaub auch. Aber danach dann. Hab ich auch in meinen Folgen schon gesagt, dass vor der Gamescom ein bisschen viel zu tun ist. Guck mal, die wollen meine Mutter ein Megaprojekt, ja. Da kann ich natürlich fragen. Reichen 8K Abos? Keine Ahnung. Du musst natürlich auch noch welche kennen aus dem Megaprojekt. Und dann muss auch grad wieder Aufnahmezeit sein. Also die Leute da zuholen. Kann man so tendenziell nicht sagen. Ne. Weil jetzt sind wir so 400 Let's Player, alle hier auf dem Server. Boah, das geht ja gar nicht mehr. Kann ich diesen Scheiß ja nicht wegschmeißen. Was? Ja, was hab ich hier? Apetit. Kann man ja konkret sagen, wofür das ist jetzt mal so im Livestream so? Ach, da kann man Dünger draus machen. Seh ich gerade. Kannst ja da drauf gehen und U drücken. Und du kannst da Apartheen Electron Tube draus bauen. Ach ja, man kann U drücken. Und Briefmarken kannst du daraus auch machen. Also das ist halt für den Arsch. Ja gut, Fertilizer ist ja nicht so schlecht, wenn du jetzt mal irgendwo für das brauchst. Aber eigentlich braucht man das nicht wirklich, ne? Ich glaube nicht. Ah, jetzt hab ich 19, Ernst. Ja, ich hab hier auch wieder ein paar. Ja, wir können ja alles in meine Maschine packen und was da rauskommt, dann kannst du... Ja genau, können wir teilen dann oder so. Das wär geil. Ich würd sagen, dass wir das Ganze noch, weiß nicht, 10 Minuten noch machen und dass wir dann zurücklatschen. Ja eben, weil das soll sich auch ein bisschen lohnen, wenn wir schon hier hinrennen, ne? Ah, hier Silber. Oder was ist es? Wer ist da? Wir rennen mal hier rüber. Ich fliege hier mal die Spalte ab. Oh, hier ist noch schön ein Safir gewesen. Aber die Diamanten auch so sind jetzt hier gar... Obwohl, wir sind ja auch zu hoch. Hier sind die Diamanten. Ah, ich hab aber 6 Rubine und 8 Saphire. Ah, okay. Geil, ne? Boah, ich hab bisher Lid und Silber noch nie gebraucht. Ich hab 5 Rubine und 9 Saphire und dabei hab ich 3 Rubine schon benutzt. Okay. Ja, guckst du, ne? Ja, ich hatte mir vorher ein paar Eisendinger hier mitgenommen. Die waren ganz takko. Ganz takko, Junge. Warte mal, was haben wir denn hier noch? 14 Zinnerz. Nimmst du auch Kohle mit? Ja, wegen Level hab ich das mitgenommen vorhin. Ja. Aber brauchen wir ja sowieso eigentlich, ne? Für Kohle, Staub, wenn du hier, äh, Solar-Dinger machst oder sowas. Ah ja, genau. Mehr Kohle! Oder halt dieses Raw-Fiber-Mesh oder wie das Zeug hat. Dafür brauchst du das ja auch. Mehr Kohle! So. Wie lange geht der Stream noch, bis er Ende ist? Genau. Das wissen wir nicht. Wir sind hier nicht bei der Bahn. Ja? Und selbst die wissen das nicht. Genau. Wie bei der Bahn mal war. Die hatten Verspätungen, haben die mal erzählt, weil die Leute zu langsam ein- und aussteigen. Mein Gott. Das war mal ne Pressemeldung. Sollen sie so machen wie in Paris? Ja, einfach zu und los. Bam! Zu, losfahren. Oder hat der Radiomoderator gesagt, die Bahn soll dann Kurse anbieten? Da würde er dann auch ein belegen. Bahn fahren, richtig ein- und aussteigen. Aber ich mein, ist doch schon irgendwie komisch, ne? Weil so langsam steigen die Leute jetzt auch nicht ein. Wahrscheinlich nur, wenn's halt extrem voll ist, dann dauert's länger. Ja, ich glaub, das war auch nur ne Ausrede. Ist genauso wie Laub auf der Bahn und Schnee. Ja. Ist ja so mehr, so, so sonderbar, dass Schnee auf der Gleise liegt im Winter. Ja, nein, kann aber gut sein, dass wirklich mal so ne, ähm, Weiche dann einfriert, ne? Wie wär's, wenn ihr das, ähm, Together auf Light spielt und nicht auf, ähm, Ultimate? Macht keinen Sinn, weil dann hätten wir keinen, keinen Unterschied zu dem hier. Eben. Wir können halt Together hier hin verlegen. Und da gibt's ja natürlich noch ganz andere Sachen. Den Twilight Forest, den gibt's hier natürlich nicht. Ja, eben, stimmt, stimmt. Können wir gar keine Wildschweine jagen. Und Twilight-Handte immer absahen, ne? Ja, immer und immer wieder, so. Wenn das halt zumindest irgendwas bringen würde. Ne, ich glaube nicht. Ne, tut er doch nicht. Und noch ein paar. Dann noch die Kohl hier mit. Was, noch ein paar? Noch ein paar Eisenherz. Cool. Weil davon hab ich jetzt fast zwei Stacks voll. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ist das gut? Wart. Zwei Stacks? Oh, hilf, boah. Ist das schwer. Wie viel hast du denn in Eisen gefunden? Wart, ich guck sofort. Hier ist noch ein großes Vorkommen. Alter. Fick dich, Rubini. Lass dir jetzt das liegen, ey. Äh, 40. Ah, okay. Ungespielte PN schreiben, weißt du da zufällig. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob der seinen PNs liest. Ich könnte wenden, der kriegt auch genug. Aber wenn du da schreibst, ob ich ins Mega-Projekt darfst, das wird einfach mal lesen, glaube ich. Glaube ich auch fast. Weil seitdem ich hier mitmache, habe ich bestimmt auch schon 30 Anfragen. Wo bist du denn? Ach, da oben? Jo. Und gelandet. Wo denn? Hier. Da, okay. Richtung oben schon mal? Joa. Ja, ich glaube hier, der Gang geht jetzt wohl. Ja, hier so ein ganz klein bisschen Richtung oben geht hier. Aber hier ist ja noch Sackgasse. Ja, kann man uns ja hochgraben. Ist 44, ne? Können wir uns nicht so weit, ne? Können wir uns hochgraben. Okay, dann grab. Jetzt graben wir uns hoch. Heiko ins Mega-Projekt. Ja, Daungie soll ja auch noch rein. Gräbst du gerade auch? Was? Gräbst du auch? Ne, ich habe nur mal in die Wand gehackt, um zu gucken, ob da was drin ist. Achso, ob die noch scharf ist oder was? Eben. Ob was geht. Yeah. Hä? Tunnel. Voll dunkel so. So. Sehr gut. Vielleicht sind wir hier draußen. Hier ist bestimmt ein Bergen riesiger. Genau. Glaube ich irgendwie nicht. Ne, ich glaube, da waren keine in der Gegend. Ich hätte eigentlich auch mal ein bisschen Lava von da unten mitnehmen können. Warum? Ja, nur so, dann habe ich schon mal welche, wenn ich irgendwo für welche brauche. Achso. Aber hier gibt es... Aber hier gibt es ja gar keinen Endertank, ne? Ne. Kannst du Kupferlings abbauen? Ja. Ich bohre jetzt eine Lava-Quelle an. Von oben, ne? Von oben, ne? Die gleich hier reinläuft. Und dann Hilfe! Und dann alle unsere Sachen, denke ich. Boah, dann würde ich ja... Dann kriege ich ja den Mega-Ausraster, ey. Oh, sorry. Hey! Oh. Hat einer beleidigter Gronkh? Wer? Keine Ahnung. Schreibt nur einer, hör auf, Gronkh zu beleidigen. Langweilig. Dann mach aus, Alter. Drück all der Frier. Die B2LP, du musst deine Schreibung ändern oben. Beschreibung ändern oben. Echt? Wo denn? Ja, achso. Untitled Broadcast. Das stimmt nicht mehr. Jetzt steht da Mega-Projekt. Schreibt doch Piratensender Neu-Berlin oder so. Ich glaube, ich bin echt beschissen. Ah, ne, doch nicht. Hui. Jetzt sind wir wieder draußen. Richtung Osten, ne? Genau, ab zum Stadtkern. Währenddessen mache ich mal kurze Werbung. Bis gleich. Da war schon vor lange keine mehr. Krass. Heiko hat gesagt, dass er nicht ins Mega-Projekt möchte. Okay. Gronkhs Hoden hat sogar einen Bart. Ja, ist so bei älteren Leuten. Wie alt ist der eigentlich? 38 oder so. Echt? Okay. Hier war irgendwie ein Tempel, aber da ist keine Kiste. So ein heiliger Tempel. Da ist ein blauer Creeper. Yeah. Ich guck mal, zu dir gerast. Uh. Kann ich hier noch irgendwas wegschmeißen? Hier so eine Steinschaufel schmeiß ich mal weg. Ich glaube, da kam keine Werbung. Das war vorhin schon mal. Da hat auch jemand geschrieben. Er hat keinen Adblock, aber trotzdem kam keine Werbung. Jetzt ist aber eine da. Ich sehe eine. Ach so, ja, teilweise ist das aber auch die Auslieferung, die Twitch hat, ne? Ja. Guck mal, 4200. Oh, fang. Aber cool. Ah, sehr gut. Langweilig. Kauft Twitch Turbo, sagen wir. Geht auch. Dann hast du gar keine Werbung. Nie. Nie? Krass. Also gar nicht mehr auf Twitch, ne? Ja. Aber gut, da machen die halt, um sich dann quasi damit zu, ähm... Finanzieren. Ja, genau. Zu finanzieren. Ja, müssen sie auch irgendwie machen, ne? Die müssen ja auch irgendwie die übertragenden Daten bezahlen. Treffen wir uns in meinem Keller? Äh, ja, wenn ich da rein kann, ja. Ja, warte, ich mach die Quarries wieder, äh, die... Turrets wieder zu. Ja? Ah, sind weg? Okay. Hä? Hä? Ja, jetzt rennt hier ein Zombie rum. Hat der eine Hand? In dem Keller? Eine Schaufel. Hau ab, Junge. So, warte, ich pack erstmal die Sachen... Bau dir bitte einen High-Energy-Pallet-Launcher. Was macht dieses Ding überhaupt? Außer eine Kugel hin und her schießen. Ich hab's nicht gerafft, einfach. Ja, das war's wahrscheinlich. Äh, die Shards willst du nicht, ne? Äh, nö. Äh, ich komm hier nicht über den Pisszaun, ey. Jetzt schlag ich ihn ein. Also bei mir. Warte. Kann ich unten die Tür nehmen? Nee, nee, geht nicht. Achso. Da ist kein Knopf. Welchen Knopf mitbringen? Dann kannst du die nehmen. Fang an zu zaubern, Peter, schreiben wir. Ja, warte, bleib mal ruhig. Boah, warte, ist denn jetzt? Ich wollte aber erst noch einen Mass-Fabricator bauen. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich geh mal ganz kurz dran. Ja, hallo, ich bin grad in der Aufnahme. Ist irgendwas Wichtiges? Wolltest du vorbeikommen oder so? Ja, da kommt vorbei. Alles klar, ciao. Ja, ne, ich hab's jetzt noch in der Tasche wegen meinem Opa im Moment, ne? Achso. Da, ja, ist auch verletzend, ey, weißt du? Also in dem Pflegebericht steht eigentlich, oder in der Pflegestufenzuweisung steht eigentlich drin, vollstationäre Pflege wird empfohlen, heißt heim, ne? Ja. Mein Vater kommt mal für die, die nach Hause zu holen. Ja, okay, ist, ich mein, ne? Kann man ja versuchen, aber ich, also ich, selbst der Pflegedienst hat heute schon gesagt, die sieht das nicht. Mit zu Hause? Ja. Achso. Also hast du alle Sachen da reingeschmissen hier in die Truhe? Ne, ich hab noch gar nichts reingeschmissen. In welche? Ja, die Erze in die Truhe. Nur die Erze? Okay. Also alles, was man brennen kann. Und den Rest tue ich mal hier eben rein. Ja, ich weiß nicht genau, weil manche Erze gehen ja einfach nicht, ne? Weil nicht dieses Cinnabar Ore kann man, glaub ich, nicht brennen. Ja, aber fang mal mit rein. Irgendwas, was ging nicht, hast du recht. Mach mal Copper. Glaub dagegen irgendwas nicht. Ich mein, das ist dieses Cinnabar Ore und Elite Gate Iron Copper. Du kannst einfach alles reinschieben. Ja, ja, ich hab alles reingeschmissen schon. Und war das mit Edelsteinen und so? Äh, da ist noch ne Truhe, die ich da hingebaut hab. Hier. Ach, da. Dann nimm dir dann wieder die Hälfte raus und fertig. So, jetzt gucken wir mal, wer ist der Mass Fabricator? Kann mir denn gleich einer beim Zaubern helfen? Marble ist dir egal, ne? Nehme ich mal an, ne? Ja. Okay. Pff, ähm, diese Apathit-Dinger. Sollen wir die erstmal bei dir lassen? Weil ich hab ja jetzt auch nicht so viel Platz. Ja, können wir machen. Dann nehme ich das. Da die Hälfte, da die Hälfte. Ich klicke einfach immer mit rechts drauf, ne? Dann nimmt er ja die Hälfte. Achso, ja, kein Ding. Refined Iron brauche ich noch ein paar. Wie viel hab ich denn hier hinten noch? Oh, die Shards will ich nicht. Das hab ich. Willst du die Kohle haben, oder brauchst du nicht? Ja doch, Kohle will ich auch nehmen. Die würde ich ja zerstäuben. Ja, dann lass ich dir die zwei Stacks da, ne? Immer nur vier Stacks. Ich hab auch noch ein Ei, lege ich mal da rein, für deinen Hühnerfaden. Ah, sehr gut. Was kann man mit dem Nicolit machen? Das weiß ich. Ich glaub, das ist auch scheiße. Ach, ein Voltmeter kann man damit machen. Zum Beispiel. Oder mit Silber gemischt ein Blue Alloy Ingot. Und diese Wafer kannst du damit bauen. Die Wafer? Ja, diese Blue Doped Wafer heißt das Ding. Achso. Oh, und du brauchst das für diese BT-Batteries zum Beispiel, die, wenn du jetzt einen Tunnelbohrer bauen willst, der funktioniert mit diesen BT-Batterien. Gibt es jemanden Tunnelbohrer? Ähm, weiß ich gar nicht. Glaube fast nicht. Sonst hätte dann wahrscheinlich schon einer. Dann wäre der Server schon down, ne? Ah, genau. Kann ich mir jetzt zwischendurch auf deinem Feld mal so ein paar Kartoffeln klauen, wenn ich die wieder anpflanze? Ja. Okay, ja gut. Die Kiste kann ich jetzt nehmen, oder was, ne? Ja, alles, was da drin ist. Ich hab schon alles rausgenommen. Ich hab alles rausgenommen. Kannst die Kiste wieder abbauen. Genau, passt. Passt schon. Voll Arsch, so. Voll hol. So, was gehen wir denn noch im Chat-Stream? Stream-Chat. Ach, lol. Ja, ähm, wie lange brauchen jetzt die Ärzte da, um durchzurennen? Wahrscheinlich nicht so lange, ne? Ach so, warte, ich gucke grad, was als nächstes dran ist. Jetzt laufe ich grad nur mit den fünf Sachen da rüber, die ich genommen habe. Die paar Steine, ein bisschen Uran und denk so, was mach ich denn jetzt damit? Und denke im gleichen Moment, war ja total ergeblich unser Trip. Boah, wie verballert. Wie verballert ich bin, ey. Ja, ne, ne. So, fünf Lapis Lazuli, grüner Saphir, neun, zehn Rubine, neun Saphire und Uran, das war's. Und zwei, sechs Kohle. So, hä? Doch, Zinobre jetzt geht, aber das wird... Ach so. Ach ja, genau, Quecksilber wird das. Sind die alle durchgegangen? Jo, alle durchgegangen. Warte, jetzt kommt gerade Silber hier reingefahren. Ach, guck mal, jetzt ist Silber dran, sehr gut. Oh, und das kommt alles hier in der linken Kiste raus aus? Ja, genau. Was passiert jetzt, wenn dieses, wie heißt das Ding hier? Transposer? Wenn der voll ist, dann leitet der einfach nicht an die Kiste weiter, oder was? Ja, der, da ist egal. Also, wenn, wenn, hier sind ja auch noch Transposer. Wenn der Ofen voll ist, dann wird's nicht in die Kiste geleitet, also in den Ofen. Und dafür, das sind dann, was hier, Pneumatic Tubes? Ja, genau. Ach so, okay, alles klar. Die braucht man, damit das quasi die Verbindung herstellt, ne? Zwischen den beiden Geräten wahrscheinlich. Ja. Was mit Sarathon BF3 ist, keine Ahnung, da ist, glaube ich, nix mit. Oder meinst du BF4? Weil da wollten wir mal eine Runde zocken. Ob er dann letztendlich macht, werden wir sehen. Aber man muss halt abwarten. So, so bleibt halt Eisen. Brauchst du Eisen, oder was? Ja, weil irgendwas steht hier auch, ne? Kann halt sein, dass die linke Seite im Moment... Ach, du hast nur einen Ofen, deshalb, ne? Warte, ich kann... Eisen ist weit vorne jetzt, ne? Warte. Was ist denn gerade im Mesa Raider? Dann nehme ich mal das Silberorder raus. Ja. Weil dann fährt jetzt, glaube ich, Eisen rein, ne? Zack, zack, jo, jetzt kommt's. Ja, genau. Vielleicht hat er da hinten dran. Ja, jetzt wird Eisen mästeriert. Okay. Boah, ja, da haben wir schön viel zusammen, insgesamt. So, das ist gut. Das ist doch schon mal gut. Massoriot wird er das. Sironik hat jetzt ein Haus. Ja, aber ich will nicht zu viel zeigen. Hat er endlich mal angefangen, Haus zu bauen, nach 800 Folgen? Ach, war das der, der vorher nur Geräte da stehen hatte? Ja, nur ein Keller und eine riesige Landebahn. Ich hab mich ja so ein bisschen darüber beschwert, dass hier gar nichts bauen die Leute. Ja. Ist ja auch so, weißt du, die bauen dann nur Technik, aber so ein Haus oder mal ansehen, ich mach'n die gar nicht. Ja, das ist blöd. Ich find' so den Mittelweg am besten. Zwischendurch mal ein bisschen Haus bauen, ein bisschen Technik wieder. Ich mach' jetzt mal hier diesen, diesen Macerator mal fertig. Ah, nicht Macerator, Males Fabricator, so. Was frisst du da? So ein Chip. Aber so ein, ähm, fahren die, die Dinger irgendwo anders hin oder so? Achso, ich muss hier den Silver Dust rausnehmen, ne? Oh, oder? Ne, der wird jetzt verbrannt. Hä, aber jetzt geht da schon Tin-Oar in den Furnace direkt. Ist das richtig? Ah, den kann man nicht Maceratoraten, ne? Oder kann man 10 Maceratoraten? Ne, ich glaub' nicht. Aber warte, wir können mal eben die Kiste leer machen, dann, ähm, kann man es den Maceratoraten? Weil dann hat er jetzt Eisen Priorität, wenn er durch ist. Tin geht, äh, schreibt jemand. Kann man auch mal mit dir LOL spielen. Ja, man kann, ähm, theoretisch mit mir LOL spielen, aber es ist natürlich immer hart, weil ich sehr, sehr, sehr viele PNs kriege, jedes Mal, wenn ich online komme, und ich such' halt zufällig jemanden aus, zockt dann mit ihm eine Runde und löscht ihn ja noch wieder aus der Liste. Und leider geht die Liste nur bis ungefähr 300, 320 und dann macht die dicht, ja? Also im Moment ist die Liste voll, ich werd' jetzt nach und nach die Leute abarbeiten und immer wieder welche annehmen. Ich kann's euch nicht garantieren, tut mir leid, also. Aber wie gesagt, wenn einer Bock hat, einfach mal anschreiben. Ganz genau. So, warte, ich wollte, äh, fuck, ich wollte die Feder drängen, genau. So, jetzt machen wir mal die Hälfte des Dingens. Ich brauch' Yumi. Iron, Yumi? Ja, ich brauch' noch ein paar Kabel. Ach so. Für diese Circuits. Ich glaub', da muss ich mal irgendwas automatisches bauen, das ist echt kacke. Wieso musst du immer noch rauslaufen zu irgendwelchen Bäumen und das holen? Ne, das nicht. Ja, doch, das auch. Du weißt, ich bin ja wie so ein Mongo hier rumgelaufen, ich glaub' in der dritten Folge oder so von mir, ey. Voll der Mongo, Junge. Äh, Peter. Magst du Peter? Ja. Peter, wie heißt du? Ja, da lohnt's ja auch richtig, den Chat zu lesen. Peter, hast du einen Singularity-Kompressor? Das weiß ich gar nicht. Hab' ich irgendwo Lapis gehabt? Haben wir Lapis gesammelt? Äh, ja, hier ne Kiste liegt ja noch drin. Ach so, cool. Brauchst du viel? Dann geb' ich dir meine 5 auch noch, weil ich weiß jetzt eh noch nicht so richtig, weil ich damit machen soll. Hallo. Hallo Furze. Alte Furze. Ich muss dann gucken, weil ich damit jetzt bastel und kam. Verreckte Mongo. Vier Stück bei ihm wurde nur. 1, 2, 3, 4. Echt vier? Nur? Vier? Pack'n wir hier rein? Ja, pack'n wir hier. Aber, aber Peter, ähm, das liegt mir am Herzen. Also Samstag müssen wir schon ein bisschen rangeln, ne? Hau ab! Jetzt sag ich gleich auch dem David, wenn er kommt, dass ich heute mal ein bisschen mit ihm rangeln will. Er wär ja schon attraktiv und so. Zum Rangeln? Ja, ich hab's ja schon mal gemacht. Da hab ich, wo ich wusste, der David kommt, weil ich hab aus dem Fenster geguckt, hab gesehen, er ist unten. Hab ich mich so nur in Boxershorts ins Bett gelegt und die Decke so drüber gelegt, dass man denken könnte, ich bin nackt. Oh! Das war auch so richtig geil, ey. Er so, was ist denn hier los? Ich so, komm mal dabei, David. Dreck'n so, ooooh! Hattet euch doch noch mehr Sachen. Scheiße, Mann. Und das Lustige ist, der David kriegt immer so richtig brutal schnell Kopfkino, weißt du? Dreck'n so, ooooh! Der denkt direkt, ne, oah! Oah! Und in dem Moment wächst ihm dann auch noch ein Herpes an der Lippe. Und ein Steifen! Oh, irgendwas hängt hier aber. Es kommen nicht mehr Blöcke Eisen da rein. Ah, doch jetzt einer. So lange dauert? Oh, da guckt einer aus Amerika und musste ganz früh aufstehen. Hat er so oft geschrieben, das musste ich ihn einfach mal erwähnen. Woher hat Dadcheap seinen Namen und wieso? Also ich hab mal aus Langeweile meine Dadcheap-Maske gebastelt, die auch in den ersten zwei Videos auf meinem Kanal sind. Woraus noch mal aus, dieses? Aus Pappmaché und Kaninchen-Draht. Ah! Okay. Und Leim, natürlich. Also es ist ja Pappmaché, Leim so, ne? Natürlich. Ja, und weil das Ding so ähnlich aussah wie ein Schaf, hab ich gedacht, ich mach Dadcheap. Aber weil's halt nicht, weil's das mit Doppel-E schon gab, hab ich dann halt den Eignamen mit EA erfunden. Ich brauch Gloucetown. Die sagen, ich soll schon wieder ein bisschen auslasten, Mann! Bleib mal ganz ruhig. Ja, ich bin aber eigentlich immer ein brodelnder Vulkan eigentlich. Warte, wie, wie, wie baue ich denn hier Gloucetown aus Yu-Yu-Meader? Boah, fällt mir gerade ein, ich mach voll die, voll die Tour und ich hab Yu-Yu-Meader im Ofen, also im Dings. Yu-Yu-Meader, Gloucetown. Toll ey, was ist denn hier los? Irgendwie fliegen hier die, die Iron-Sachen irgendwie wild rum. Funktioniert das nicht so ganz? Ne, nicht so ganz, weil das ist irgendwie grad wieder zurückgekommen und auf einmal ist auch ein anderer Block gerade vorne gewesen, auf einmal war wieder Tin-Ohr vorne. Ja, zurückfahren ist normal, wenn der Ofen voll ist. Ja, ja, aber so ein ganzes Deck auf einmal und dann, weil das hat sich auch so vorgemogelt quasi, das war auf der ersten Position von der Kiste. Ach so, krass, die Schweine. Warte, ich hatte hier irgendwo gerade Gloucetown da. Okay, ich muss ein Häuschen bauen damit. Ja? So, zum... Zum Rangeln oder was? Ja, genau. So fertig. Nein, das ist der auch von Joko und Klaas mit diesem Olli Schulz. Wollte er auch immer rangeln? Ja, naja, rangeln war er noch. Ja, Klaas, der kann jetzt nicht gehen, der wird ja noch gerangelt. So voll voll, ey. Ich hatte mal einen Minium Stone. Den hast du auch noch, den liegt nur im Project Table. Echt? Ja. Guck mal, er kennt sich aus, der Tab. Ja, weil ich hänge ja immer hier ab. Ja, ich merke das schon. Crafte mir alle Sachen hier und im Nachhinein gehe ich dann los und hole die Ressourcen wieder rein. Weißt du, weil dann kann ich das einfach durchcraften, mir aufschreiben, was ich brauche. Und dann komme ich nicht, so wie in den letzten zwei Aufnahmen, immer genau mit einem barren Eisen zu wenig wieder hier an. Weißt du, so jedes Mal und dann renne ich wieder los, so. Immer, oh. Und du kennst das ja, wenn du dann so Maschinen baust, dann kommst du ja von Höckskin auf Stöckskin, so, ne. Dann denkst du, okay, jetzt baue ich dat, dann das, jetzt vielleicht dat so und dann machst du alles nacheinander und dann hast du schon wieder vergessen, was du überhaupt machen wolltest. Dann denkst du so, oh, scheiße, schon wieder ein Eisen zu wenig. Ähm, weiß jemand, wie viel, ähm, von wo der Maester Rater befreut werden muss? Also müssen da von oben die Items rein, weil das richtet sich ja danach, wie ich dat baue. Also muss das Rohr oben dran? Ja, das ist, glaub ich, egal, oder? Ne. Ne? Achso, aber wahrscheinlich von oben, ne, weil unten ist da der Aus... Ne, unten ist eigentlich der Stromanschluss, ne? Ja, die meisten schreiben jetzt unten. Egal, na, egal, das sind nicht... Scrapboxen müssen unten dran, wenn, schreibt hier gerade jemand. Ah, okay. Ja, aber wenn er oben reinmacht... Die schreiben alle unten. Also die, also die, die, die Masse hat entschieden, ja, und du kennst ja, die Schwarmintelligenz liegt meistens richtig, ne? Die hat unten gesagt, ne? Ja. Ja, okay, dankeschön. Da, da kann man auch so sehen, wie verlottert das Volk ist so. Der Schwarm hat, ist so umrecht. Jetzt wird irgendwie aus der einen Kiste hier gar nichts mehr rausgesaugt, aus der rechten. Vielleicht ist da irgendwo ein Stau. Ich schichte, ich packe da mal kurz in die andere rein. Oder stört das irgendwas, wenn ich das jetzt mache? Ja, dann wird quasi der Mesa Rater benutzt, bei Sachen, die gar nicht dafür gemacht sind. Achso. Okay. Warte aus, der wird nix mehr rausgesaugt. Ja, jetzt doch. Ja, ich hab grad gesehen, da war noch ein Lied-Dingens drin. Ich hätte jetzt gern gleich so, weißt du, das, äh, so ein bisschen Eisen, weil ich stehe schon so voll lange. Und die Leute denken so, boah, was ist das schon wieder für ne Folge, ey? So ein Spasti. So ein Ochse. Ja. Ach, Spacko, Alter, ey. Wir können Samstag natürlich auch Bunga Bunga Party machen, wenn du Lust hast, ne? Geht natürlich auch. Und über Politik reden dabei. Ja klar, das ist ja Hauptthema, oder? Ja, wir können ja mal ein bisschen was Politisches machen, ne? So gefällt mir das aber nicht, so will ich das nicht haben. Aber wenn da wieder irgendwie gefickt wird, ne, dann, bitte, ich hau dir auf die Fresse, ne? Ja, ich bin da draußen, wenn da eine, also wenn da welche ficken, dann bin ich weg. Ja, ja, ich auch. Also, so geht das nicht, ja? Kein Bock drauf. Aber du, du hast jetzt gesagt, wir machen Bunga Bunga Party und dann, ne, dann, also musst du auch gucken, dass da keiner, äh, ne? Sich gegenseitig da ab, äh. So, nochmal eine Frage an die Leute. Kann ich, ähm, aus dem, aus der Autocrafting-Table die Sachen unten rausziehen? Kann ich die unten rausziehen? Weiß ich gar nicht. Oder muss ich die an der Seite rausziehen? Äh, Peter, wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt hier quasi mit dir streame, ne, und das aufnehme? Ah. Darf ich das dann auch als eine Folge, als Stream quasi hochladen? Das darfst du auch als eine Folge hochladen. Ach so, also, wenn ich mit dir zusammen streame, reicht das auch, ja? Ich muss nicht selber streamen, ne? Ne. Okay. Ich glaube, eine Folge, egal wie lange, habe ich jetzt letztens gelesen. Ja. Oder halt zwei, genau, zwei mal 15 Minuten. Oder halt maximal, ja, das ist irgendwie komisch so, weil das heißt, maximal eine halbe Stunde pro Tag oder eine Folge, egal wie lang. Äh? Äh, äh, äh? Ich fände das auch ein bisschen besser, wenn es wirklich ein komplettes Zeitkonto gäbe, wo wirklich nur ein Kontingent zusteht, was weiß ich. Zwei Streams in der Woche bis zu so und so viel Stunden und 30 Minuten am Tag. Ja, wäre auf jeden Fall besser, weil so macht jeder, was er will im Grunde. Ja, weil theoretisch könnte ich ja einfach fünf Stunden streamen und dann bin ich, dann ist man natürlich auch viel weiter so. Und das finde ich ein bisschen schade, dass, dass, dass hier so die, äh, der Unterschied von der Technik und von allem so krass ist, weißt du? Ja. Ich verstehe, was du sagen möchtest, Zed. Ja? Oh ja. Endlich mal, endlich mal einer. Ich baue jetzt gerade einen, noch einen Redstone-Motor. Da fällt mir ein, ich brauche zwei, verdammte Scheiße. Ja! Zed, du kannst hier doch nicht so rumschreien, wir sind im Innerjahre im Stream, was ist los? Ja, dann, äh, dann rede ich jetzt nur noch sehr nett und nah am Mikro mit gedämpfter Stimme. Kann ich natürlich auch machen. So eher als, als Sympath so. Als Sympath. Ich haue dir auf die Presse, du Sympath. Äh, wieso? Bist du Sympathisist? Sympathisist? Das ist das Gegenteil von Terrorist. Ich habe gerade voll den harten Blasendruck irgendwie, ey. Vanessa nicht da? Nee. Harten Blasendruck. Aber Blasendruck will ich bei dir auch nicht loswerden, das ist irgendwie eklig. Jetzt kommt hier schon Eisenerz so an, an dem Furnace an. Aber irgendwas so, also so, irgendwas stimmt da nicht so richtig. Ja, okay. Ted, dann benutzt doch den Rotary Macerator, das geht schneller. Wo, wo ist denn der? Der steht hinten im Lager. Also da, wo die anderen Maschinen stehen. Ja, ich nehme dann jetzt mal eben alles Eisen hier raus, damit ich dann irgendwie unter einen Hut kriege. Ja, vor allem damit du auch mal was machst und da nicht die ganze Zeit rumpimmst. Ja, ehrlich, das ist wieder eine beschissene Folge. Boah, wenn ich so ein langes Video hochlade, dann geht doch bestimmt total meine Dingens runter, ne? Meine durchstädliche Wiedergabe da. Ja, auf jeden Fall. Obwohl, nee, eigentlich geht ja nur nach Zeit und nicht nach Prozent, ne? Komm, was ich hab. Äh, wo ist der Macerator? Sag mir mal. Ja, da an der Ecke. Ja, da so, ne? Lauf gerade durch. Ich weiß gar nicht, was dir macht denn mal der Ted? Ja, ich auch nicht. Ich laufe halt gerne verpeilt rum. Sorry. Total der Schwachmat geworden, seitdem der hier mitmacht. Ehrlich? Wo sind denn eigentlich meine verkackten Kabel hier? Seitdem ich was? Seitdem du hier mitmachst. Ach so. Heute. Ich hab gedacht, seit ich bei dir auf dem Kanal bin, hab ich gedacht. Okay, da hab ich ja gar keinen Vergleich zu vorher. Ja. Wo hab ich jetzt dieses verkackte Kabel hingetan? Das kann, das Fieberglaskabel oder was? Ja. Das weiß ich nicht. Hatte einer aufgepasst. Weiß einer, wo das... Also drei hab ich schon mal. Ich hatte viel mehr. Wo ist das? Erste Truhe. Ganz links oben. Ah, dankeschön. Ich seh das schon gar nicht mehr, die ganzen Sachen. Oh ja, 4,5.000 Viewer, Peter. Oh, hallo an die Leute, die grad frisch dazugekommen sind. Ja, hallo. Hallo. Wir brauchen grad einen Mass-Factor-Rater, man. Wie alt bist du, Peter? Äh, 32. Aber der Ted ist 40. Das stimmt überhaupt nicht, ey. Ich bin 42. Nee, so alt auch nicht. Jetzt ist meine verkackte Schaufel kaputt gegangen. Jetzt kann ich immer wieder ins Lager rennen. Also ich finde, die Leute sollen mal was anderes sehen, als so mein Lager. Also auf der Gamescom, da rasiere ich mich mal. Dann seht ihr mal, wie jung ich eigentlich bin. Und ich rasiere mich nicht. Und lasse mir die grauen Haare wachsen. Wir färben uns auch noch, äh, also ich, äh, wir färben uns ja auch noch grau, ne? Extra. Ach, soll man? Das war aussehen wie Opas, wie bei Fantastischen Vier, die haben wir nochmal gemacht, ne? Ja. Ihr Lebenswerk. Ted, welches Level bist du? Ich bin jetzt 39. Und jetzt ist er tot. Und Jumetta muss von der Seite rausgepumpt werden, steht hier. Ah, Jumetta muss von der Seite rausgepumpt werden. Aber ich kann's ja im Grunde rechts rauspumpen in ne Kiste rein. Und links mach ich das Stromkabel dran. Wart aber auch voll geil wäre, wenn ihr den Peter so richtig, wenn er was fragt, so richtig ernstzunehmend antwortet, dass er aber total der Quatsch ist. So ausführlich. Wenn du das und das machst, dann musst du das und das machen. Und dann sag ich immer, ah, dankeschön, Assi. Oder ihr lasst das Kabel von oben kommen, das ist doch echt viel cooler, wenn ich die ganze Decke voll mit Kabel mache und dann immer die Kabel von oben in die Maschinen reinkommen. Wer findet, dass Ted aussieht wie Barney? Nee, schreib dir grad einmal. Also ich find das ja selber jetzt nicht so, aber... Ah, wenn das andere geil finden? Eben, dann könnt ihr mich gerne so sehen, also... Ich bin ja metrosexuell, ne? Ich steh nur auf Frauen, da find's geil, wenn Männer mich geil finden. Ist das so? Nein, heißt das so? Ja. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, aber ich bin mir relativ sicher, dass das das heißt. Da denk ich mir jetzt immer so, was labert der da? Ehrlich, was labert der eigentlich? Was macht der eigentlich den ganzen Tag, der auf so einen Stuss kommt immer, ne? Passt mal auf, ich komm jetzt mal zur Kamera und dann sag ich euch mal, was. Was denn? Passt auch. Ich werd jetzt in die Küche gehen und werd mir einen Kaffee holen. Zwar einen kalten. Und in der Zeit werd ich ein bisschen Werbung laufen lassen und dann habt ihr kurz Zeit auf Toilette zu gehen. Und ich laber einfach weiterhin scheiße. Kannst du auch machen. Aber wenn die Werbung kommt, dann sehen die dich meistens nicht. Aber die hören dich an deiner Aufnahme. Ich bin grad voll an der Kamera, ich glaub ich schiere. Aber bis gleich. Ja, bis gleich. So, jetzt ist der Pidder ja weg. Jetzt kann ich endlich alles ausrauben, was ich möchte. Kann ich hier TNT in den Wänden verstecken. Weil jetzt rechnet der ja nicht damit, dass ich hier irgendwie Terror mache. Aber ich warte jetzt noch, bis hier mein verschissenes Erz alles fertig ist. Was ja irgendwie hart dauert. So, der war aber durch. Weißt du, das kann ich auch bei mir machen. Ich schmeiße, ich nehme jetzt hier alles raus. Ah, ne. Bleh. Ich nehme jetzt hier alles Eisen raus. Hier sind 64 drin. Und hiervon nehme ich nochmal die Hälfte und schmeiße die... Hier so rein? Ne, hier so rein, ne? Da. Schmeiße ich mir den Iron-Dass rein. Das mache ich gleich bei mir, weil sonst ich stehe ja nur hier rum. Da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich hau ab zu mir. So. Gut, dass die Sentries hier weg sind. Hallo zusammen. So schnell geht das bei dir in Kaffee? Ja, in kalten. Achso, ach ja. Hier, guck mal, sowas hier. Den brauchst du ja quasi nur rausnehmen, ne? No Werbung. Ist doch egal, wenn ihr keine Werbung habt, freut euch. Kennst du eigentlich den Blauwal aus dieser Helge-Geschichte, der seinem Freund, dem Taucher und dem Walross, glaube ich, erlaubt, aus seinem Bauch aus dem Kühlschrank Bier rauszunehmen? Hört sich ein bisschen ekelig an. Ja, der ist halt so groß. Der hat den gegessen mal, weißt du? Da ist noch Bier drin. Ah, okay. Ich habe das jetzt mitgenommen, weil ich habe auch ein Electric Furnace. Das geht bei mir genauso schnell. Ich habe jetzt total Bier und gut isst. Wolltest du dir noch eine Folge warten, Ted? Ne, auf jeden Fall nicht so. Ted, komm, warte noch eine Folge. Das ist total ätzend. Ja, aber ich muss gleich eh nochmal zu dir rüberkommen, sobald das Tin-Zeug durch ist. Weißt du, da kommen wir wieder rüber. Da ist wieder alles in Ordnung. Ja, da ist dann auch alles in Ordnung wieder. Ich verstehe es nicht. Ich brauche jetzt erstmal Holz. Ich weiß, ich habe wieder nichts. Ich könnte wenden, wenn ich da Dinge gleich anmache, dann lutscht der so schnell meine Batterien leer. Meinst du? Oh ja, aber Harzer. Aber Harzer? Jetzt finde ich gerade meine Kabel-Geschichte ein bisschen blöd. Wieso? Wieso jetzt genau? Erklär das mal. Ja, weil ich von oben jetzt noch nicht mehr haben möchte, weil ich unten ja andere Maschinen noch habe. Ach so. Und wie hast du dich dabei gefühlt? Ja, nicht so ganz rein. Also ich fand es jetzt nicht so gut. Ma, was ist denn da los, Alter? Immer noch Aufnahme. Was ist los? Aber was er zu essen mitbringen soll. Weißt du? Sorry for veal, sagt er mir dann jetzt. Der David. So ein Homo. Den wollte ich jetzt bestimmt sagen, komm mal runter und hilf mir hochtragen. Da habe ich jetzt keine Zeit für. Geil. Da freut mich immer. Aber wenn du beschäftigt bist. Ja, weil wenn ich jetzt Aufnahme bin, gehe ich jetzt bestimmt nicht fünf Minuten runter und trage den Rechner mit hoch. Nee, ist ja Quatsch. Nee, nee, nee. Das kann ich auch voll verstehen. Das macht quasi überhaupt keinen Sinn. Aber so überhaupt nicht. Genauso wie da hatte ich jetzt wieder zu dir rüberlaufen, um mir den Tinten abzuholen. Ich habe gar nichts gemacht, wo ich jetzt hier war eigentlich. Ich habe nur mal zu hier rüber gelaufen. Guck mal, da sind die Aufnahmen vom Tint sogar noch produktiver als meine. Ja, ich habe schon gedacht, wo die geschrieben haben, der Pirate hatte ja schon das und das. Da habe ich schon gedacht, wie hat die, Alter, wie hat der das denn gemacht? Ja klar, mal ruck, ruck. Ohne Support von jemandem schaffst du es nicht, in den ersten zwei Folgen Solarpanel zu bauen. Nee, geht doch gar nicht. Schaffst du auch nicht. Vor allem in den ersten zwei Folgen. Wie lange sind die? Maximal eine Stunde hättest du dann. Ja, ich habe 15 Minuten gemacht, die ersten fünf Folgen nur, weil ich mir noch nicht so ganz sicher war wegen den Zeiten. Achso, ja, aber gut. Ich sage, maximal eine Stunde kannst du aufnehmen. Also kannst du schaffen in einer. Ja. Oder halt so lange du willst. Da hättest du es geschafft. Ja, glaube ich auch. Aber gut, das ist ja Quatsch. Das ist Quatsch. Und die Musik geht mir auf den Sack. Ich mache mal weiter. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich das jetzt mache. Das ist doch nur Unterirdisch. Das kann ja aussehen wie Scheiße. Ja, machst du das gerade sexy oder was? Ja, klar. Und zwar da, wo das Kabel hergeht. Das Kabel es sexy hat. Was ist denn los? So, da ist es. So, dann kommt jetzt von hier quasi die Stromversorgung. Weil wenn ich hier nachher auch nochmal eine Reihe von diesen Igneos-Dinger habe. Ganz kurz, in die rechte Kiste, ne? Quasi, kann da schon Iron Dust rein oder nicht so? Doch, da kann Iron Dust rein. Ne, warte, da nicht. Ich nehme jetzt einfach die Hälfte von den ganzen Ärzten mit. Da muss ich nicht hier rüber rennen mehr. Ah ja, gut. Das ist viel einfacher. Ja, mach das doch. Ja, habe ich jetzt noch. Ja, ist doch egal. Wir haben es ja, ne? Genau. Warte, das war erstmal ein paar Redstone-Fackeln. Das müssen diese Scrap-Boxen ja an die rüberfahren. So sieht das doch mal sexy aus. Und rauspumpen muss ich von der Seite, habt ihr geschrieben, ne? Ja. Also, okay, dann bin ich nicht metrosexuell. Weil das bedeutet nämlich, dass zum Beispiel Männer auch ihre weibliche zeigen. Was auch bei Schwulen so ist. Aber, nicht so schnell schreiben! Mann! Aber dennoch hetero sind. Hä? Hä? Ja, ne, dat nicht. Ich habe dann jetzt nicht alles verstanden. Dann können wir jetzt eine neue Sexualität erfinden, quasi. Für ein Ted oder was? Ne, ne, so allgemein. Jetzt nicht für mich nur. Doch, für dich? Ne, also. Obwohl, das heißt wahrscheinlich einfach Arroganz, heißt das, wenn man es geil findet, wenn Männer einen auch geil finden, aber selber hetero ist. Dann ist man einfach nur arrogant, so einfach es sagt. Ah, okay, klein hat sich einiges. Lied, oh, so. Ich weiß, ich mache alles immer ein bisschen komplizierter. Und ich glaube nicht, dass die Solarzelle direkt daneben muss, weil von dem MWFSU kann er die auch rüberführen. Ich mache da noch einen Schalter zwischen, dass ich das Ding an- und ausmachen kann. Wir müssen ja jetzt mal pennen gehen hier. Warum? Ja, weil meine Solarzelle nicht läuft sonst. Ah, wolltest du in mein Bett? Sind wir alleine? Ah, ne. Ne, einsamer Tode und Venicraft. Ich frage, ich frage die mal eben. Eben pennen? Ganz viele pennen überall. Eben pennen? Peter, welches Mikro? Äh, dieses hier, MMX 300 vom Headset. Ah, jetzt kann ich mal gucken, wie lange die Verzögerung ist. Du zeigst es immer noch nicht? Immer noch nicht? Immer? Ah, jetzt. Also so 10 Sekunden ungefähr wahrscheinlich, ne? Ah, okay. You dumb Nazi schreibt endlich mal wieder einer. Endlich mal wieder einer, der nur weil er deutsch liest Nazi schreibt. Ich finde das voll geil. Bescheuert, oder? Ja. Ted sagt Lead-Ohr, aber es heißt Glied-Ohr. Oh, das hat meine Achse im Bilderrahmen gepackt, Alter. Glied-Ohr. Peter. Oh, ich hab noch eine... Glied-Ohr? Ja, Glied-Ohr heißt das. Also nicht Lead-Ohr, sondern Glied-Ohr. Ah, okay. Klingt logisch, auf jeden Fall. Ted, bist du ein crazy-ass Motherfucker? Nee. Nur bei Walking Dead, da bin ich der harte Motherfucker, der die Kinder erschießt. Du Schweino. Ted, bist du asexuell? Nee, ich glaube nicht. Hätte ich mal mitbekommen, oder? Ich glaube schon, oder? Ja. Ah ja, ich brauch auf jeden Fall noch Kabel, weil die reichen nicht. Peter, du musst es oben reinpumpen. Die labern alle. Quatsch. Ich glaub den meisten. Wo ist mein Drill? Ich such mal... Hier ist mein Drill, sehr gut. Peter, du darfst das Kabel nicht vom MassFab direkt zu den Rechnern packen. Was? Schreibt hier einer. Zu welchen Rechnern? Weiß ich ja auch nicht. Ich sag das dir ja nur. Was hier steht, also. Zu welchen Rechnern? Das ist ganz gut. Ich kann den Chat vorlesen, während ich vor meinen Öfen jetzt abgammel, weißt du? Achso, ja, okay. Dann pass doch bitte auf, was die meinen, die Ochs. Ted, was denkst du über Amy Winehouse? Ja, also die Mucke, die war schon ganz okay. Aber die Drogenex-Eskapaden, die waren vielleicht etwas übertrieben. So, ne? Ah, ich weiß, ihr habt recht. Man muss sich ja nur nicht, weil man's kann, dauernd voll weg aus dem Leben löten, ja? Aus dem Leben löten. Nein, ihr habt recht, sonst platzen die Dinger. Gut, dass du das gesagt hast. Du weißt ja. Du weißt, was passiert, wenn du quasi die Sachen an dem MFSU machst? Nee. Dann explodieren deine Sachen, die du daran angeschlossen hast. Guck mal hier, schreibt einer. Ted, du passt nicht ins Mega-Projekt rein, niemand kennt dich. Das sehen manche Leute aber anders, glaube ich. Ja, stimmt, der ist ja erst seit zwei Jahren auf Debitor-LP. Ja, eben, so ganz frisch erst quasi. Wie viele Folgen haben wir Singleplayer Together aufgenommen? 400? 500? Ja. Aber ansonsten ist er halt unbekannt. Ted, was hältst du von Konsolen wie von der Wii U? Gar nix. Sehr gute Konsole. Ich find das voll kacke. Also, wenn man ein Kind ist bis neun Jahre, dann kann man sich gerne die Wii U holen. Nee, nee. Und wenn man auf Schnick-Schnack steht, aber ich stehe auf geiles Zocken und das kann man nur am Rechner und nicht an der Konsole. Und das siehst du doch wohl auch so, oder? Ja, auf einer Art schon. Da will sich's jemand nicht verscherzen. Nein, aber ist ja so. Ich kenn Ted. Brokkoli-Brocken, wer ist das denn? Keine Ahnung. Ted, bist du Ted-süchtig, schreibt hier einer. Geht so. Aber ich verbring meistens am Tag so ne Stunde mit mir alleine. Gerne mal auf ner Parkbank, oder? Weiß einer, was die Recycler brauchen an Strom? Muss ich da runterregeln auf Low Volt, oder reicht, äh, Mittel? So was weiß aber doch keiner. Ist klar, dass mir das ganze Ding die Energie leer saugt, aber wenn ich nicht auf dem Server ist, kann ich das scheiß Ding noch arbeiten. Mach ich eigentlich gerade hier. Guck mal, der Mace Rater macht der ganze Zeit nix. Low Voltage. Okay. Ist auch mal ein bisschen mal los. Dankeschön. Vielen Dank an euch. Jungs, ihr seid super, schreibt einer. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Was ist aber kacke, dass das hier runterkommt, die Scheiße, warum hab ich das nicht hierhin gebaut? Ja, die anderen Sachen von 400 Days.com noch. Oh yeah, baby. Ah, guck mal, ihr fragt einer, ob wir auf Games.com ein bisschen rangeln können. Ich geb dir allein rangeln. Ja, also können wir gerne machen, also wenn wir da sind und du siehst mich, dann sprich mich drauf an, dann rangeln mal ein bisschen. Du rangeln. Ja, ich feiere eigentlich nur zu Games.com, um zu rangeln, also. Weil ich will mit dem Kapuzenwurm rangeln. Mit allen, ne? Mit dem Cars Crafter rangel ich dann auch mal ein bisschen. Mit dem Gronkh. Vielleicht rangel ich auch einfach mal wild welche an, so. Das wäre doch auch geil für das Video, ich rangel einfach welche an. Oder ich frag welche, ob sie Bock haben zu rangeln. Ach, Sandstone ist das WTF? Das könnte ich eigentlich machen, an dem Tag, wo du nicht kommst. Ich glaub, da mach ich für meinen Kanal ein Rangeln-Special. Ne, den Rangel-Song kenn ich noch nicht und ja, ich hab ne Freundin. Den Rangel-Song, mein Gott. Ich verballe jetzt meine ganzen Diamanten für Kabel. Ah, guck mal, da ist sogar einer bei, der mir Klopp vorgeschlagen hat. Ja, danke nochmal. Was, Klopp? Ja, das eine Spiel da. C-L-O-P, wo du mit den Tasten so ein Pferd steuern musstest, war das, glaub ich. Oder? War Klopp da mit dem Pferd? Und Klopp das mit dem Mensch? Ich weiß nicht mehr. Was labert der denn da immer? Ich verstehe es nicht. Das sind doch so Spiele, hab ich dir die nicht gezeigt? Was labert? Da hast du, da hast du, da musst du so einen Marathonläufer oder so einen Sprinter spielen und du kannst immer nur, äh, wie war das noch? Oberschenkel und Unterschenkel. Habe ich glaube ich mal mit dem Sebastian mal gesehen, super scheiße zu laufen, oder? Ja, aber wie geil der auch läuft. Hast du es geschafft zum Ende zu laufen? Ne. Weil der Sebastian kam mal zum Ende. Ja, ne, ich nicht. Ich hatte zwar mal, also mit dem Pferd war ich relativ weit, aber da ist mir, also für sowas habe ich keine Geduld, da habe ich keinen Bock drauf. Mit Pferden kennst du dich ja aus. Du hast ja früher auch einen Reiterhof gehabt. Ja, ich habe ja auch einen Pferdepenis, deshalb kenne ich mich da extrem gut aus. Ne, ich will nicht. Aber vom Pony, ne? Ne, ne. So, ich baue jetzt diesen Low-Vault-Transformer, dann den, den hier baue ich noch, Machine-Block-Man. Ich baue das jetzt einfach alles, wenn du das scheiße gearbeitet hast, kostet, ich baue das. Ja, Peter und ich haben uns beim Rangeln kennengelernt, genau. Ich dachte, da war Taekwondo. Ne, Rangeln war das. Ah, okay. Das ist, das ist nur der, der, ich weiß gar nicht, Taekwondo, jetzt sage ich wahrscheinlich was Falsches, aber das ist der koreanische Name wahrscheinlich für Rangeln. Wie mache ich denn nochmal hier, ein Kabel? Und Ringen ist ja quasi nur ein bürokratischer Ausdruck für Rangeln. Ja? Mal die Fresse. Boah, ey. Aber weißt du, ich bin extrem beschissen, weshalb du in der Zeit gar nichts machst, du nur auf deinen Ofen wartest, oder was? Ja, ach, aber meinst du, die gucken unsere Let's Plays, weil wir was Konstruktives machen? Ne, ich glaube nicht. Ich habe gerade voll den scheiße Lava-Flash. Ja, doch, manche machen das auf jeden Fall. Echt? Ja, manche wollen ja wissen, was wir bauen, oder manche finden das alte Zuckerse auch besser. So, soll ich mal gucken, was die Query macht unten? Ja, mach das doch mal. Während ich auch meinen Gummi warte. Oh, Gummi ist fertig. Ich könnte eigentlich auch mal gucken, was meine Turtle macht. Die müssen wir umprogrammen, ja, verbrennt die alles. Ne, die ist da ganz unten irgendwo einfach, und ich glaube, die ist leer. Die macht deinen Lager leer und verbrennt alles. Ach, ne, die ist ja im Wasser. Stoppt die Query, wenn die im Wasser ist? Oh, weiß ich gar nicht. Ne, die Query nicht. Kann das mal einer beantworten, wäre voll nice, ey. Voll nice, wenn das so. Oh. Vielleicht braucht er noch einen von... Boah, aber gut, dass ihr mich darauf hingewiesen habt. In der Aufnahme hätte ich das Ding zum Platzen gebracht. Und nein, an meinem Anus musste nichts mehr gemacht werden. Ah, guck mal, einer, der den Tets schon länger guckt. Ja, endlich mal. Sei gegrüßt. Super Hexagon soll ich mal zocken. Also ich bin alle Tage auf der Gamescom. Ich nicht. Ne, der Peter nicht. Der ist faul, wisst ihr? Weiß einer, wo nochmal der Ausgang ist von so einem Stromding? Also von so einem ist da der rote, der Ausgang ist da der Eingang. Also wisst ihr, was ich meine? Bei diesen Transformern, muss ich da an dem roten den Ausgang anschließen? Am Arsch? Rot ist Ausgang. Rot aus, beides rot aus. Ach, soll ich brauche High Vault? Ne, ich stream gar nicht. Soll ich einfach mal? Er nimmt auf. Boah, wie der Chat gerade abgeht, Alter. Ich kann das gar nicht so schnell lesen. Ne, gar nicht. Guck, High Vault kommt hier raus. Das geht in MV und geht dann in... Rot ist Ausgang. Hat hier gerade jemand geschrieben. Rot ist Output. Ne, rot ist Eingang. Sehe ich jetzt auch gerade hier. Ihr wollt mich verarschen. Ja, also ihr könnt mich gerne anrangeln auf der Gamescom. Ich bezahle, glaube ich, so einen riesigen Catcher. Und dann sage ich, der soll mal mit dir rangeln. Auf der Bühne am besten. Ja, macht er doch. Vielleicht kannst du ja auch einen Profi-Rangler auftreiben. Warte, rot war Eingang. Rot war Eingang? Rot war Eingang, ne? Rot war Eingang, ne? Rot Input, Gelb Output. Rot Input, Gelb Output. Kann man nicht bei Twitch noch zufällig so Polls starten? Dann könnte ich das immer als Poll machen, so eine Frage. Och, fuck. Ach so. Wäre doch auch geil. So. Wie war, wer wird Millionär oder was? Ja, ja, genau. Ich will das Publikum fragen. Ich bin auch gleich hier irgendwann fertig, wenn die Scheiße hier mal dran ist. Ja. Wie lange wolltest du noch machen, Peter? Wie lange kannst du? Bis neun? Wäre das okay? Ja, halbe Stunde soll ich noch schaffen. Ja. Dann hau ich jetzt noch mal ne Werbung rein, während ich hier dieses Scheiß-Ding mal bearbeite. Aber nur 30 Sekunden, weil das wird schon wieder rot und nervt mich fatal. Bis gleich. Ja, geile Werbung. Das ist jetzt voll lustig, weil das hören die gar nicht im Stream. Nur exklusiv die, die meine Folge gucken. Ja, aber nur manche quasi, die keine Werbung haben. Ja, die können natürlich uns jetzt hören quasi. So, exklusiv. Exklusiv, yeah, what's good. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte Batterien bauen, aber irgendwie habe ich noch keinen Kupfer. Also jetzt wird mein Stromvorrat, wird jetzt sowas von leer gelutscht? Ja. Also kannst du davon ausgehen, dass der sowas von leer gelutscht wird jetzt. Sollen wir nochmal pennen? Können wir machen. Aber ich kann auch rüberkommen zum Rangeln, also. Ich liege im Bett, ich liege im Bett. Ich auch. Im Bett. Ich bin im Bett. So, jetzt habe ich meine, ähm... Der ist so weit hinten, oder? Wer ist so weit hinten? Nein, da ist nicht so weit hinten. Nein, meine Skype-Adi gibt's nicht zum Rangeln, also. Nicht, Ted? Ja, das finde ich da ganz schön gemein, weißt du? Erst machst du die Leute heiß und dann gibst du deine Daten nicht raus. Ja, nee, das mache ich nicht. Also ich will ja auch nicht im Skype rangeln, ja? Ja. Das hat ja Rangeln so an sich, was man nur im Real Life machen kann. Das ist ja schön ärgerlich, oder? Also irgendwas zu erklären, Real Life ist quasi der Zeit, ähm, oder die Zeit am Tag, wo man so arbeiten geht, oder... Wo der Computer aus ist. Oder zur Schule, genau, wo der Computer aus ist. Das ist so der Tag, äh, das ist Real Life halt, ne? So, jetzt, Achtung, jetzt schließe ich das an, da wird meine Zelle wahrscheinlich sowas von leer gelutscht. Meinst du? Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja quasi, wenn ich off bin vom Server. Guckst du da zeitgleich rein jetzt, ob das so voll abgeht, ob das das leer lutscht? Guck mal, der hat da doch eine geile Idee, wir können ja einen Rangel-Flesh-Mob machen, wo wir alle rangeln und dann die Securities denken, da ist eine Massenschlägerei ausgebrochen und wohl alle nur rangeln. Aber nein, ich habe das jetzt nicht gesagt. Dass wir das machen. Nein, wir rangeln nur. Nein, wir rangeln nicht nur. Nee, ihr könnt ja rangeln, aber ich will jetzt nicht als Urheber von einem Flash-Mob gelten und danach kriege ich nachher Hausverbot. Unter einem Spinnenbaum. Ach, wack. Schreib ihm noch, er muss dann den letzten Block unten vom Baum wegschlagen und da wäre eine Kiste drunter. Das weiß er doch bestimmt. Ah, hier, der grüne ist Ausgang. Ach, ist das so? Nee. Da unter dem Baum, da ist ein Spawner und da drunter ist eine Kiste. Ah, okay. Aber den sieht man außen. Nee. Ach so, okay. Das ist ein Spinnenbaum. Ja, so ein Baum mit so Spinnen dran, ne? Also Spinnenweben. Spinnenweben. Da habe ich das scheiß Rubber. Jetzt mache ich mir erstmal hier voll viele Kabel, ey. Kabel, Baum, Baum und Spawner drunter. Äh, das hier. So. Zack. So, und jetzt baue ich mir hier so. Also es funktioniert, wenn ich den Hebel hoch mache, ist das Ding an. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, geht doch. Hahaha. Okay, aber es läuft. Es, es läuft. Geil, drei Batterien. Jetzt kann ich mir gleich erstmal meine erste Bedbox bauen, Peter. Da forscht, da fehlt doch noch was, Ted. Was fehlt denn da noch? Die Recycler sind noch gar nicht an. Oh, weißt du, weißt du, was fehlt? Ich habe kein Holz. Oh, okay. Ach. Ist so nervig. So mega nervig. Die Recycler, was schreiben die noch mit Spinnnetzen? Ich habe wirklich nirgendwo Holz. Ich finde die nur ohne Spinnnetze. Dann ist es kein Spinnenbaum. Ist doch logisch, Mann. Ja, vielleicht ist da eine Spinne in der Nähe. Vielleicht hat er das so. Ach, ne, geht so gar nicht. Haben wir auch keine Sticks mehr? Ich habe nix mehr. Doch, zwei Sticks habe ich noch. Ist ja voll Porno, ey. Aber reicht. Reicht, sagst du? Ich muss da mal anders bauen. Ich mache jetzt hier einfach mal Fackeln dran, Arschlecken. Ja. Oh, yeah. Take a ride. Okay, Maschine läuft. Ein Jujo mehr, da habe ich schon. Wie gesagt, wenn ich quasi offgehe vom Server, läuft diese Maschine selbstständig weiter und lutscht mir quasi meine Energie aus. Ah, okay. Also wenn du dir einen lutschen lässt, dann lutscht die Maschine auch automatisch. Genau, also hört sich komisch an, ne? Nö. Mit dem Lutschen. Ja, macht in sich Sinn, so. Jetzt muss ich nur noch irgendwie was einbauen, wo man das ausmachen kann. Also, ich meine, man muss ja auch nicht immer lutschen, zwischendurch kann man ja auch mal rangeln, ne? Das wird sich leider heute durchziehen, die letzten 20 Minuten jetzt noch, ich kann da nichts gegen machen. Ich glaube auch. Ted ist ein Opfer, schreibt hier einer. Auf jeden Fall, das ist voller Opfer, Junge. Ja, auf jeden Fall. Ähm, es gibt doch auch Kabel, die ich, ähm, als Schalter benutzen kann. Ist das so? Kabel, die man als Schalter benutzen kann? Ja, Kabel, die man so ausmachen kann. Habe ich beim Spark mal gesehen. Da bauen wir jetzt mal. Ich weiß gar nicht, wer das heißt. Heißt das so? Ruf, ruf den doch an. Wo ist mein Telefon? Guck mal, jetzt kriegst du schon wieder das Achievement, Getting Wood. Getting Wood. EU-Detektorkabel, Langeweile hast du ja, dann geh raus ins Spiel. Getting Wood ist aber auch ziemlich zweideutig, ne? Glaube ich. Getting Wood. Echt? Ja, ja. Aber, ne, dieses Kabel zu bauen, habe ich ganz lustig. Ich baue mir jetzt den Stab. So, ich brauche Holz. Erstmal hier mit der Handkante ein bisschen aufschlagen. Da ist er wieder mit der Aufmerksamkeitsspanne. Mir ist langweilig. Die überkriegen sich gar nicht. Echt, ey, die machen gar nichts kaputt. Komm, wir gehen irgendwo hin und machen alles kaputt, Peter. Zerstören alles. Ja, sollen wir ein bisschen randalieren? Ich habe ne Idee. Ich habe ne Idee. Wir können ja Samstag erst rangeln und dann quasi uns betrinken und alles hier kaputt machen. So richtig im Rausch. Nein, halt hier auf dem Server. Wir loggen uns dann ein und machen alles kaputt. Und sagen dann, wir waren unzurechnungsfähig. Ist das nicht ne Idee? Supergeil. Ja, ne? Und bei deinem Haus fangen wir an. Falls wir schnell keine Lust mehr kriegen. Ich hätte hier fast einen Fehler gebaut. So am Kaputt machen, weißt du? Ne, ne, machen wir schon bei dir. Du hast noch nichts. Wie? Ich habe noch nichts. Ich habe hier schon alles Low-Tech rumstehen. Ted ist deadcheap aus dem Megaprojekt. Und seit zwei Jahren auf meinem Kanal passen. So, sehr gut. Jetzt läuft halt alles hier in dieses Gerät rein. Achtung. Hier, da schreibt einer. Wir sollen das Grundstück vom, äh, wo war es jetzt? Äh, vom, vom Broken Thumbs kaputt machen. Ne, die, 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 das Echo ist immer so extremst. Ja. Oh, ein Furnace. Ach, scheiße. Das ist halt einfach Lauf. Das ist mir auch Latte, wenn die alle Steine rumfliegen. Schau wieder an Jojo Mäder. Refined Einbruch. Ja, oben das Spiel wollte ich mir auch noch schnappen, um mit dem aufzunehmen, weil der ist ja eigentlich ganz gut drauf, so. Getting Wood. Weil, wann macht denn die Quarry da unten? Dann kann ich da Solarpanel vielleicht wieder abbauen. Ja, eben. Dann kannst du die direkt, wenn die fertig ist, bei mir hinstellen. Warte, ich spring mal runter, guck mal, welche Höhe die ist. Ja. Und die ist auf Höhe 20. Ich hab keine Kohle mehr im Ofen, das ist es. Das Geile ist, mit diesem System wären die Kisten nicht voll. Ne, nie? Nein, also die ploppen nicht raus, die Items. Ja, dann hast du am Ende so ein krasses schwebendes Lager, wie der Spark of Phoenix, wo 300 Items permanent rumfliegen. Ja, ist ein bisschen blöd, oder? Irgendwie schon, ja. So, ich glaub, für die Serverstabilität. Ich bin rausgeflogen. Wieder ist rausgeflogen, haha. Ich darf auf meinem Timer nicht mehr klicken. Okay, lass ich erst mal fertig machen. So, äh, die Batterien, die Firmes ist... Lass den Scheiß einfach laufen, ey, ist mir doch Latte. Ich komm ja die Tage wieder rein. Generatoren. So, jetzt muss ich nur noch den Electric Circuit... Ach, hier war ja die Maschinenkram drin, ne? Hab ich eigentlich schon den ganzen Kopper hier? Kurz mal überlegen, was brauch ich jetzt? Boah, wird man sich alles zusammenschustern, muss hier erstmal. Ja? Ist Vanessa deine Freundin? Ja. Schließ den Mass Fabricator direkt an die Solarpanels an. Peter, du sollst mir mal den Witz von... Nein. Den Witz mit Ungewollt erzählen. Achso, mit Ungewollt. Ja. Was hat ein Witz? Das hab ich mal erwähnt, glaub ich. Was hast du denn da gesagt? Wenn Ungewollt ein Kind kriegt, heißt das wahrscheinlich Ungewollt. Lol, lol. Ne, und wann machen 20 Kids da eine Einkaufspassage? Die suchen Schlicker. Die warten auf Schlicker. Achso, die suchen Schlicker. Ja, so scheiße einfach. Ja, der andere, ich weiß gar nicht, wer den mal erzählt hat. Er sagt, das wäre ein Running Gag mittlerweile. Okay. Aber ich glaube, bei Ungewollt war das gar nicht so ein Running Gag. Der fand den gar nicht so lustig wiederum. So, hier haben wir ja Gummikiste. Hier sind auch Maschinenparts drin. Ich tue jetzt alles mal hier rein. Du hast eine Gummikiste? Ja, klar. Ich hab gedacht, du hättest nur einen Gummilaken irgendwie. Wegen der Inkontinent. Ja. Gerade deshalb auch, ne, also. Oh, ich hab noch einen Feuerstab. Der Mass Fabricator nimmt alles an Strom. Nicht nur den Output der MSU, also mehr als 512 EU pro Tick. Ah, jetzt hab ich's verstanden. Aber es bringt doch nichts, wenn ich den da anschließ. Der saugt den sowieso leer, ob er jetzt alles nimmt oder nicht. Muss ja noch nicht, ähm, hocheffizient werden. Das ist einfach nur so beiläufig. Doch, das muss sofort hocheffizient sein, Peter. Sonst ist das scheiße. Das ist schon sehr effizient für mich, weil hier kommen nachher nochmal sechs drüber, auf der anderen Seite nochmal zwölf und dann geht halt ab. Äh, so was kommt. Sexy hat da doch noch keiner hier, so. So sexy, sagst du, hat halt keiner? Ne, noch nicht. Okay. Und jetzt werde ich noch, wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit, ich werde jetzt nochmal eben ganz fix was bauen. Und zwar ein Bücherregal. Klingt zwar jetzt erstmal komisch. Ja. Und da mag der Ted auch, was ich jetzt hier mache. Warte, was machst du denn da? Zauberei. Ja, ich habe ja nichts dagegen. Ich kenne mich halt nur null aus, ne? Ja, auf dem Server geht der manchmal auf den Sack. Ja, weil du ja permanent da oben auf deiner Zinne rumhängst, ey. Auf deiner Urinsteinzinne da. Da müsste aber noch Blitze kommen, da wäre viel cooler. Ich wollte doch Eisen raffinieren, mein Gott. Ich wollte doch raffiniertes Eisen machen. So, obwohl dann natürlich auch für, für ein Part irgendwie cool wäre eine falsch rum. Also für einen eigenen Part könnte man das mal eben machen. Aber ich mache mal eben das Thaumanomicon. Das Thaumanomicon. Oh, I'm charged it. Ach so, er lädt sich gerade auf. Sieht man jetzt hier gerade unten, 25 Fist hat er jetzt. Jetzt hat er wieder null. Jetzt haben wir das Buch. Ich brauche sechs hier von... Und wir fangen an mit dem Table, war das, glaube ich. Loll, er hat eine Portal Gun gefunden. Ja, geil. Kriegt jetzt jeder eine. Du musst nur raus, dann findest du sofort eine. So, äh, 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 äh. Ich hab die mal nicht bauen hier. Genau, jetzt schon mal zwei schöne Tische. Und Portal Gun Halter. Ja, genau. Ich baue mir einen Halter. Und dann stehe ich den da rein und irgendwas ziehe weg. Sehr schlau dann. Ja, klar. Boah, jetzt muss ich mir echt noch ein Kupferkabel machen, ey. Da hab ich jetzt so keinen Bock drauf gerade. Eine Diakiste lohnt sich nicht. Bis ich hier wieder reingehendert gebe, dann ist die noch nicht mal ansatzweise voll. Vergleich ist es Schicht im Schacht hier mit Strom. Ja? Ist gleich alle? Ja. Ja, das lutscht super schnell. Also du brauchst schon Hochvoltpanels da oben. Und das sind 10 Millionen EU. Ja. Jetzt bin ich bei 4 Millionen. So, Refine Island. Aber geht 4 Millionen, 13 EU-Meter. Ist eigentlich gut. Aber diese Zauberkacke kommt irgendwann nur nach oben. Also ich baue die jetzt erstmal hier einfach irgendwo hin, wo Platz ist. Diese Zauberkacke, Peter. Kannst du noch nicht so sagen, ja? Esoterik ist weit verbreitet. Ach, Kacke. Jetzt hat er ja falsch gebaut. Aber wieso stellt es sich denn so an mit dem Rangeln, Peter? Was? Ja, wieso du dich jetzt so mit dem Rangeln anscherst? Ich verstehe das gar nicht. Genau, ich glaube, ich brauche noch Tinte, ne? Tinte. Ne, will ich nicht. Guck mal, der übergeht da einfach. Ja, klar. Jetzt deine Kühe auf dich. Also anschreiben muss man mich in LOL einfach hinzufügen. Aber im Moment ist meine Liste voll. Und ich kicke auch immer nur die, mit denen ich jetzt schon gezockt habe. Weil leider geht es nur bis 300, 320 irgendwie sowas um den Dreh. Und es nervt hart, ich weiß. Aber ich kann leider auch nichts daran ändern. Oh, The Watch 23 sagt, der steht in fünf Minuten vor meiner Haustür, wenn ich das lese. Oh, oh. Oh mein Gott, der kommt. Was machen 20 Schwänze in einem Bus? Eine Spritztour. Geht eigentlich. Kann mir einer sagen, womit ich hier anfange bei diesem Zaubereischeiß? Was, was tue ich da zuerst rein? Peter, also im Chat steht gerade, ich soll dich töten halt und mit der Portalgang wegrennen. Kommst du nicht dran, weil die Portalgang im Safe ist. Ja. Und die fragen ja, wann das nächste Gamiano-Video kommt. Gamiano TV? Ja. Kohle. Ähm, am Samstag, 14 Uhr. Und um 9 Uhr kommt sogar noch mal ein Werbevideo dafür raus. Kohle soll ich reintun. Kohle. Warte. Kohle, Glowstone, Redstone. Kohle, Glowstone, Redstone. Dankeschön. Komm, jetzt hier eins. Ich brauche noch vier so verkackte Kohle, dass wie lange der Mace Rater braucht, ne? Ich brauche unbedingt einen Rotary Mace Rater. Ein Rotary Maserator. Ja. Ein Rotary Maserator brauche ich. Uh. Das ist immer so ein bisschen scheiße hier mit denen. Pass auf, jetzt kommt ein richtig flacher. Haben die auch den Maserati entwickelt? Ach, ging, oder? Ja, geht, ne? Also ich habe auch an den gedacht am Anfang jetzt. Oh, ich drücke immer ein bisschen zu schnell, aber was soll das? Boah, mach jetzt doch die drei Dinger fertig hier, ey. Nächste Rezept hat einer das nächste Rezept, mein Headset heißt Bernd. Das nächste Rezept von euch. Dein Headset heißt Bernd? Okay, Eisen, 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 Eisen. Nein, komm, komm, richtig, was Geiles, komm. Komm, jetzt ein Ding hier noch, ey. Da dauert alles so lange. Boah, ich hasse den normalen Modus, ne? Ich hätte jetzt schon lange ein riesen pornöses Haus und hätte den Server schon lange gecrashed, wenn ich im Kreativmodus wäre. Seeds und Eisen. Seeds und, ich versuche mal Seeds und Eisen rein zu stopfen. So, jetzt brauche ich nur noch ein bisschen Glas. Dann habe ich auch hoffentlich alles zusammen, aber jetzt packe ich wahrscheinlich gleich alles rein, dann fällt mir auch... Guck mal, wie blöd der ist. Habe ich überhaupt Sand? Hier ist Sand, ne? Ach, mir ist das echt grün und egal. Echt, Seeds und Eisen, das gibt was? Seeds und Eisen, gibt was? Mach's mir was. Ich bin jetzt nicht so sexy, weil ich hier so viel vom Baller heizt, gerade. Oh, sehr gut. War das letzte noch? Basic Transmutation. Okay, sagt mir einer noch das letzte? Weil dann mache ich jetzt auch danach wieder was anderes. Dann gehe ich mal wieder hoch zum, 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 ne? Schwarzpulver. Zumindest geht das ein bisschen schneller hier, ey. Ich gucke nächstes Mal im Internet nach den Rezepten. Gold noch, okay. Weil? Weil? Ja, wenn ich jetzt noch in den Rezepten beigucke, dann ist das ja nicht mehr so dynamisch wie im Chat. Weil bei mir ist es gerade extrem dynamisch. Also ist das Electric Furnace Fenster offen. Cool. Da läuft so ein Pfeil durch, so voll Action-lastig. Immer von links nach rechts. So, jetzt haben wir schon mal zwei Sachen. In so voll entspannenden Schritten auch hier so. Voll geil, ey. Und jetzt ist es schon nur noch eins. Brauchst nur noch ein Ding? Geil. Yeah, Baby. So. Hoffentlich habe ich jetzt auch alles. So, tut mir leid, dass ich jetzt nicht so viel Zauberei gemacht habe. Aber wir zocken ja nur noch zehn Minuten. Und dann könnte ich vielleicht oben noch ein bisschen was bauen. Und während ich hier noch meine Kisten einsortiere, gibt es nochmal ganz kurze Werbung. Und ich bin sofort wieder für euch da. Und beim Ted können wir natürlich dauerhaft gucken. Ja. Peter macht schon wieder Werbung. Krass, ey. 15 Minuten vorbei. Was ist los, Junge? Ach so. Mach ich ja nur, wenn er droht wird. Weil ich denke immer, oh, Twitch. Oh, Twitch. Oh, gut. So. Jetzt brauche ich theoretisch noch... Brauche ich hier noch. Nix brauchst du. Nix. Ich könnte eine Void-Pine machen. So, wer ist denn noch hier? Ja, die sind wahrscheinlich wieder alle weit weg. Nee, jetzt können wir wieder nicht pennen gehen. So, Maschinen schmeiß ich erstmal hier rein. Ted will wieder schlafen gehen. Ja, weil ich Strom haben will, weißt du. Oh, fuck, ey. Fuck. Was ist denn? Ah, jetzt. Okay. Ich hab meine Void-Pipe. Void-Pipe. Void-Pipe? Okay, einen Electronic Circuit hab ich noch. Einen müsste ich noch machen. Dazu mir erstmal mehr. Damit werden Items jetzt direkt vernichtet. Also Verschwendung so. So eine First-World-Maschine hast du gebaut, ne? Ja, genau. Wie gesagt, mit dem Match-Replicator, da kann ich nachher nochmal gucken, dass der ein bisschen effizienter läuft. Ich baue ja auch noch ein paar Solar-Panels. Da kriegt der auch irgendwann eigene. Mein Strom ist leer. Dein Strom ist leer? Ja. Krass, das war aber schnell. Okay, die Recycler arbeiten noch. Was hat er jetzt gemacht? Nur U-Matter? Äh. Oder noch gar nix? Doch, äh. Für die 10 Millionen hab ich jetzt 20 U-Matter bekommen. Also geht eigentlich. Ja, geht. Soll ich zu den anderen nicht ab? Oh, hier ist auch noch eine Eisenkiste drin. What the fuck? Warte, was soll ich tun? Ich wollte rausgehen und bauen. Ja, ich wollte auch irgendwas machen. Ich weiß noch nicht mehr was. Ist natürlich auch immer geil, dass ich im Dunkeln rausgehen und baue. Aber wird das schon wieder hell jetzt. Oh. Geil, ne? Das ist so geil. Das ist schon wieder hell. Verfickte Scheißspinne wieder. Hä? Steckt die sich erst mal in den Boden rein? Die steckt sich in den Boden rein? Ja, was ist das denn für eine Spinne immer? Hörbä. Was eigentlich mal ganz geil wäre, wäre, glaube ich, mal ein Grundriss. Wenn ich mal weiß, wie das Haus immer weitergeht, bevor ich hier die Fassade schon mal hochbaue. Nein, das ist ein lebendiges Haus, Peters. Das entwickelt sich. Ich entwickle dich gleich auch, Homo. Was? Also hier für so Macerator und so, ne? Ja. Ich habe da jetzt eine Bedbox dran stehen. Die ist volle Lutsche voll, aber trotzdem passiert nichts. Sind die Kabel zu weit, oder was? Grün ist der Output. Ach so. Äh? Hatte ich gerade auch und habe mich gewundert, warum läuft das denn? Ah ja, ich wollte mal gucken, wie es läuft da unten. Wie läuft es denn? Gut? Alles, läuft alles gut? Ich wollte mal gucken, was das Stromdinger generell hier macht. Wie gesagt, mit den Solarpanels, da kommt nur einiges. Ja, ich muss auch erstmal hier so ein gewisses Grundmaß an Versorgung erreichen. Also im Grunde ziehen die Recycler gerade meinen Strom weg, bevor der Macerator das bekommt. Wohl an sich geht es langsam hoch. Ich meine, der Service ist ja eh die ganze Zeit online. Da muss jetzt hier keine hochkomplizierte Megaproduktion werden. Doch. Okay. Man muss immer dazu neigen, extrem zu werden. Kommt später. Okay. Ein richtig geiles altes Herrenhaus und eine richtig heftige Fabrik im Keller. Fühlt sehr gut an, oder? Ja, klar. Hallo David. Hallo David, sagt der Peter. Hallo Peter. Weißt du ja schon, was wir Samstag vorhaben? Mit Rangeln? Da darf wir Samstag rangeln wollen, weiß er, ja. Ah, okay. Gut, ich werde dann das nächste Solarpanel direkt an den Macerator mit Peter bauen. Ey, jetzt fang nicht hier an rumzudissen, ich habe Babyöl besorgt schon. Ich disste doch nicht rum. Ja. Ich sag nur, Peter wird es nicht überleben. Ja, okay. Doch, mit Babyöl schon. Nee. Dann bin ich total flutschig. Ah, dann ist der Peter total flutschig, sagt er gerade, auf Babyöl so. Dann kann ich immerhin drin, dann flutsch ich immer weg. Dann flutsch ich. Ja, aber dann ist ja gerade Rangeln interessant dann wiederum, ne? Der hat für ne Kacke labert, hör mal. Ja, musst du erstmal so lange durchhalten, so ne Scheiße zu labern, ja? Ist David schwul? Nein, dann würden wir ihn David nennen. Genau, eben, wenn der David schwul wäre, würden wir ihn David nennen. Nein, dann würden wir ihn David nennen. Komm mal hier. Können wir eigentlich mal einführen. Können wir eigentlich mal einführen. Was will er machen? Er will uns dann hauen? Ja, der will uns dann jedes Mal ins Gesicht schlagen, wenn wir das machen. Feste oder kann man das abwägen? Weiß ich nicht. Vielleicht kann ich auch mit ihm über ein Rangelabkommen sprechen. Ich glaube, der kann gar nicht so feste hauen, ne? Doch, der kann voll feste hauen, der David. Also, das tut sehr weh immer. Ah, glaube ich nicht. Doch. Doch. Dicke Schläuche, nix dahinter bestimmt. Ne, ne, ne. Ne. Ich reiß den jetzt, dann probier er direkt bei mir aus wahrscheinlich. Ja, der hört ja auch nicht, was du sagst. Der hört ja immer nur meine Reaktion. Das macht ihn noch wütender. Die Alar im Kopf ist schon da, ne? Der googelt gerade schon auf seinem Rechner, wo du wohnst. Ah, ist da ein Routenplaner aufgemacht? Der war doch schon mal hier, als er ihm gesagt hat, das ist nicht so weit. Ja. Ja, der weiß ja, wo du wohnst. Und dann war auch der Fascho nicht da, ne? Ja, eben. Ach, das Gesicht war bestimmt obergeil. Deshalb macht ihr keinen zu schlimmen Feind, Peter. Ich sag's nur, ne? Erzähl doch mal die Geschichte vom David. Das war eigentlich ganz geil. Okay, luft der Seifflas, war ich das nicht. Okay. Ne, ne, ne. Vor ihr die Party war. Ne, jetzt erzähl ich dir noch nicht. Ah, okay. Die spare ich mir nur auf. Im nächsten Livestream. Für so kalte Tage oder so. Spare ich mir da auch auf, die Story. Damit alle lachen und es allen warm ums Herz wird, ne? Genau. Weil die ist ja auch herzzerreißend auch eigentlich. Ich zerreiß auch dein Herz gleich. Aber wieso? Weiß nicht. Ja, ich weiß das ja jetzt auch nicht. Also ich hab ja irgendwie den Verracht, weil ich mit dem Rangeln jetzt nicht aufhöre. Die ganze Zeit. Zwölf? Zwölf, zwölf was? Keine Ahnung, wollte ich mal sagen. Weil der Iron Furnace, der geht immer nur an aus, an aus, an aus, an aus. Ich brauch noch mehr Solarpanels irgendwie. Der macht ja doch ne große. Der pimmelt ja immer mit so ner kleinen rum. Ja, Alter, dafür muss ich aber erstmal acht normale haben. Ja, klar. Ja, ja, klar. Weißt du, der macht ja ne große. Ja, ich hatte schon in der ersten Folge zwei Stück, Junge. Ja, zwei große, ne? Wird dann aber auch dauert. Bauen ein Pimmel, hab ich doch schon, guck. Aber gut, ich hab auch alles hier gerade am Laufen. Den Pimmel hab ich gebaut. Und da steht das Nicht-Berühren drauf, deswegen kann ich den nicht mehr abbauen. Welchen Pimmel? Beim Gomme. Ah, den hast du gebaut? Ja. Und den darfst du jetzt nicht mehr abreißen? Ja, weil da steht drauf Nicht-Berühren. Ach so. Ja, du willst ja auch nicht an Gommes Penis fassen, oder? Hm, nicht so gerne jetzt. Ja, weil, weil wenn du jetzt da aufgeschlossen wärst, dann kommst du aber wegen dem Rangeln auch in Erklärungsnot, ne? Ja, rangeln wollte ich jetzt nicht. Okay. Aber vielleicht können wir mal so ein Abonnentenrangeln machen. Ja, Abonnentenrangeln, das wäre ja auch wahr. Die können wir auch mal veranstalten, so. Dann hab ich ein Team und du. Öffentliches Rangeln. Aber wir übernehmen keine Haftung, ne? Also... Ne, ne, da müssen alle unterschreiben. Die Eltern, der Vater, die Mutter. Genau, die Oma, Opa. Alle. Entfernte Verwandte in anderen Ländern, die halt Nachbarstaaten wie Indien, Pakistan, ne? Mindestens. Muss ja. Äh, so, boah. So, was steht denn hier noch im Chat so? Dann guck ich noch mal ein paar Minütchen rein, so eine. Bar, ihr Zuhälter. Okay, Blautjob for free. Ja, Blautjob for free gibt es jetzt an meinem Kanal. Aber vom Pillar dann. Ne, ne, wo der Ted mit dem Schild da hockt. Ich? Mit nem Schild? Ja, klar. Kann man mit dir mal aufnehmen? Ja, auch für Gamescom kannst du mit mir aufnehmen. Wenn du eine Kamera mit hast, aber nicht so ins Gesicht halten. Mag höchstens der Ted. Ne, ich mag das auch nicht so. Weil, wenn du einem nur ins Gesicht hältst, kriegst du ja wiederum nix von der Rangel-Action mit, ne? Ist ja schon sehr körperlich. Ja, schön, auf einer hast. Da kannst du ja nicht nur im Gesicht filmen. Obwohl, wäre ja auch mal interessant. Weil Rangel-Action nur das Gesicht zu haben, meinst du? Ja. Okay, ich glaub, nächste Folge machen wir mal ein bisschen mehr Haus. Jetzt gucken wir mal unten, was der Bass-Fair-Retail-Retail macht. Hier, gefragt einer. Peter, was hältst du von einem zweiten Mega-Projekt für kleine YouTuber? Das gibt's doch. Das heißt doch Beast City, ne? Ja, gibt es doch. Ja. Da könnt ihr euch mal an den Heiko wenden. Ja. Obwohl er ja auch gar nicht so klein ist, ne? Der Heiko. Peter, hast du ne Freundin oder nen Freund? Ich hab ne Frau. Echt? Ja. Dann wär mir aber neu jetzt wieder. Ich bin halt schon krass weit, was der Peter immer erzählt. Also bei mir ist kein Kerl im Hintergrund. Und macht da seine Kiste klar. Ach ne, ich muss ja drei bauen. Weißt du, jetzt tipp mir wieder ein, so ein verkackter Tin-Warren, ey. Ich hasse es so. Wann wird da denn nicht rausgezogen hier? Was ist denn los? Äh, aber ich würde jetzt auch mal meine Folge an der Stelle hier schließen. Weil ich glaub, das reicht. Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir jetzt gemacht? Heftig lange. Ja, lange eigentlich schon. Wir erinnern wieder auf fünf Stunden oder so. Acht Stunden. Wann kommt das denn hier online bei dir? Ich glaub, am Dienstag. Okay. Dann guck ich auch mal, dass ich das so hinmach. Sehr gut. Ne? Okay. Dann also, viel Spaß euch noch im Stream hier beim Peter. Ja, ich würde jetzt auch sagen, es ist beendet, weil wir um 9 Uhr durch. Ja. Ähm, auf meinem Kanal, wie gesagt, das ist jetzt noch ein kleines Werbevideo, auch mit einem Gewinnspiel, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten, ähm, ja, bis nächste Woche Donnerstag im Livestream. Ja, bis dann. Tschüss. Okay, das war lang. Ah, warte.